Erstmal hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo Janis, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Creepjack, der besten deutschsprachigen Warcraft 3 Sendung. Hallo Janis, ich habe gerade eine Herausforderung bekommen. Für uns beiden. Und zwar geht es um den professionellen Dota 2 Spieler Stormstormer, der zusammen mit Hovite uns herausfordert zu einem 2v2 in Warcraft 3. So, ich dachte jetzt, nachdem du hier unsere Sendezeit mit dem Hovite verbringst, möchtest du vielleicht lieber mit dem spielen. Und ich spiele dann mit dem Stormstormer vielleicht auch. Auf gar keinen Fall, Janis. Ich würde jederzeit mit dir Seite an Seite in den Krieg ziehen. Und da ist natürlich die Frage, ich habe natürlich schon mal gesagt, Janis ist ein kompetitiver Typ. Ich wollte es noch nicht in unserem Namen annehmen, aber was sagst du, nehmen wir die Herausforderung an? Diese Dota-Leute da, glaubst du, die können das? Ja, können die denn was? Die können gar nichts. Wie wäre es denn, wenn die nur mit Units spielen und wir nur mit Helden? Oh, finde ich auch gut, ja. Die können doch nur eine Einheit kontrollieren. Hallo Dota-Leute, die können doch nichts. Wir können zack, 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 APM, klick in die Klick. Ja, klar. Ja, geil. Also, nachdem unsere bisherigen 2-in-2-Experimente ja richtig toll waren und wir uns immer gut verstanden haben und so, ähm, ja, machen wir das natürlich. Steht denn da was auf dem Spiel oder ist es nur Ruhm und Ehre? Ruhm und Ehre. Beides. Ruhm und Ehre steht auf dem Spiel. Ich würde schon mal sofort direkt dich zum Team-Captain ernennen. Du hast mehr Erfahrung in Team-Games 2v2. Ich bin Einzelgänger. Ich brauche deine Leitung. Okay, dann würde ich aber sagen, das machen wir noch nicht direkt nächste Woche, wir müssen einmal vielleicht trainieren. Das müssen wir auf jeden Fall machen, ja. Ja, weil das war wirklich, als wir so spontan zusammen gespielt haben, war ein absolutes Desaster. Wir müssen kurz zusammen brainstormen. Wir brauchen quasi einen Coach, die Rolle würde ich auch übernehmen. Wir müssen an die Tafel und die Marschrichtung festlegen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der sagt, zwei Firelords, rush all in, ballern. Ja, ja. Aber, naja, wir haben ja zumindest zu zweit auch schon den ein oder anderen Erfolg gesehen und einen übermächtigen Org gemeinsam bezwungen. Also ich glaube, das kriegen wir schon hin bei den ganzen Dota-Leuten da. Sind die denn gut, so in Games generell? Ja? Ja. Ja? Ja. Was heißt das? Ich glaube, Stormstormer ist in Starcraft ganz gut. Aber das überträgt sich ja nicht eins zu eins, ne? Also mit den ... Also das Problem ist, Stormstormer ist gut in Starcraft und gut in Dota. Das heißt, er kann mit den Einheiten umgehen und mit den Helden, aber beides gleichzeitig ist vielleicht nicht so seitestärke. Ich weiß es nicht. Eieiei, ey. Der sieht auch ... Also der sieht aus, als wäre der richtig gut. Der hat so ein Liquipedia-Bild, was angsteinflößend ist. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Naja, gut, aber bei dir muss er sagen, der ist auch furchtendflößend. Ja, weil es so schlimm ist, dieses Bild. Aber hast du dir das mal angeguckt, Alter? Der sieht so aus, als wäre der zu jeder Tages- und Nachtszeit siegessicher. Ja, das stimmt. Ich bin ja nur morgens siegessicher. Abends weniger dann. Ja, gut, die International. Den müssen wir dann ... Kriegen wir hin. Okay. Kriegen wir hin. Wir müssen halt fusionieren, ne? Das ist, glaube ich, klar. Ja, welche Assets bringst du so mit in diese Fusion? Kampfeswillen. Ich glaube, was Dota-Spieler halt ... Was für das denn? Was Dota-Spieler halt gar nicht können, ist im Team spielen, glaube ich. Ich glaube, dass ... Ich glaube, da sind Warcraft-Spieler besser. Dass wir uns einfach schon seit Jahren kennen und connected haben und uns mögen. Hm. Ach so. Das ist so. Ja, na klar. Ist natürlich jetzt, wenn man meinen Stream so zehn bis zwölf Minuten zurückspult, natürlich auch deutlich sichtbar. Du meinen Call nicht annimmst und lieber hier mit dem Flutschfinger redest. Du warst hier als Erster mit jemand anderem am Reden. Ich hab dich live auf deinem Stream beim Fremdgehen quasi erwischt und drauf reacted. Ja, das ist jetzt nicht die Stimmung, die wir brauchen, um gemeinsam ein 2v2-Herausforder ... Nee. Du, wir sind die größte deutsche Warcraft-3-Sendung, die es gibt. Wenn wir jetzt hier verlieren gegen so zwei dahergelaufene Dota-Leute, das wär richtig unangenehm. Okay. Ich glaube, meine WC3-Inferno-Broadcasts sind größer als Creepjack mittlerweile. Also den Titel würd ich dir jetzt erst mal nicht geben. Okay. Ähm. Okay. Zustand. Und ich glaub auch, es wird dann eher so aus meiner Perspektive ein 1 gegen 3 als ein 2 gegen 2. Ja. Aber ich würd's trotzdem annehmen. Du wächst mit Herausforderungen. Ich glaube, das geht schon. Ich würd's trotzdem annehmen. Du kennst das Meta gut auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das ist auch so, mit Nachtelf Undead kann man ein bisschen zaubern. Oh, okay. Und ich meine, wie viele Dota-Streamer haben denn schon den Non-Mainstream-Streamer of the Year gewonnen? So. Null. Keiner. Null. Denk ich mal. Weiß ich auch nicht. Nee, gab's nur im ersten Mal diesen Award. Na also. Stimmt. Ja, das ist richtig. Ja, unangefochtener Meister. Ist richtig. Jo. Also, so in zwei Wochen meinst du, das klappt? Ja, müssen wir mal gucken, ob das privat so funktioniert. Aber können wir auf jeden Fall schon mal schauen. Da muss natürlich das Training wieder ein bisschen aufgedreht werden. Aber das muss es ja eh. Denn wenn ich das gerade richtig aufgeschnappt habe bei dir, dann geht auch die Liga-Season bald wieder weiter. Die Seeds werden bald wieder gestreut und können dann wachsen. Die Seeds werden heute gemacht quasi. So direkt im Anschluss an unsere Sendung können wir... Deswegen war auch der gute Flutschfinger natürlich gerade hier. Äh, um das unter anderem noch anzukündigen. Da werde ich auf jeden Fall auch reinschauen, in welcher Liga ich denn lande. Ähm, wir können ja nicht in einer Liga sein. Wie war das nochmal? Nee, das ist leider dieser verdammte Zahlenstrahl, ne? Den ich schon irgendwie immer auf dem Kieke habe. Diese... Ja. Dumm, dass die Zahlen... Das sind unterschiedliche Zahlen. Die sind nicht die gleichen. Die eine Zahl ist größer als die andere. Ich fand das immer schon so ein bisschen suspekt. Aber so ist es nun mal. Dieses System wird leider von einem Großteil der Gesellschaft so akzeptiert, was ich ankreide. Aber so ist es nun mal. Das heißt, ähm, ich in Liga... ...fünf... ...fünf... ...in einer anderen Liga als du in Liga... ...vier. Ja. Aber es ist so nah dran... Wo ich mir denke, es ist so nah dran, vier und fünf. Fast gleich. Meinst du es ungefähr so nah dran wie drei und vier, wo du dann so ein bisschen großspurig immer hast raushängen lassen, dass du ja in der Liga höher bist? Drei, vier, der Abstand ist wesentlich größer als vier, fünf. Das kann dir jeder Mathematiker sagen, dass das Weltenunterschied sind. Welten. Na gut. Ich werde da mal recherchieren. Währenddessen sagt mir die Regie aufs Ohr von Felix Helfenstein. Last-Minute-Anmeldungen für Neueinsteiger sind immer noch möglich. Auf creepcamp.de? Auf creepcamp.de. Beim Enroll-Button. Da gerne mal drauf hämmern. Ja, das Problem ist natürlich, dass jetzt die neue Season halt genau gleich wird wie die alte Season. Also, ob man sich da jetzt anmelden soll, weiß ich gar nicht. Es ändert sich gar nichts. Wir werden die gleichen Maps spielen. Es wird alles genau gleich, ablaufen. Von daher müsst ihr euch eigentlich auch nicht anmelden. Natürlich sollte man sich immer anmelden. Jede Anmeldung hilft Warcraft. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Maps so gleich bleiben. Oh. Weil ich ist da ja immer eine gute Rotation drin. Denn zumindest haben wir schon mal eine neue W3-Champion-Season. Die kam Montag live. Und die hat auf jeden Fall eine Map-Rotation. Wir haben zum Beispiel kein Turtle Rock mehr, was sehr gut ist, wie ich finde. Ruins of Ashara ist auch raus, was ich ein bisschen schade finde, weil die hat gerade so ein bisschen Momentum aufgenommen, dachte ich. Aber dann irgendwie doch nicht. Manchmal ist das ja so. Dafür haben wir Terranor Stand wieder drin im Map-Pool. Eine Oldschool-Map. Hä? Ja, weiß ich nicht. Da habe ich schon ein bisschen, da habe ich bei mir schon so ein Kindersekt aufgemacht, als die aus dem Pool geflogen ist, muss ich sagen. Die ist nicht mein Freund. Diese Brücken suchen mich heim. Dieser ganze Flieger-Lame und so. Da habe ich einfach zu viele traumatische Spiele erlebt auf der Map. Na gut, dann hoffe ich natürlich, dass das jetzt sich vielleicht umdreht. Hast du das denn als Human oder als Nachtelf oder als beides? Als beides. Eie, das ist natürlich doof. Ich wollte dir gerade Mut machen, dass es für Nightelf eigentlich ganz gut ist, aber naja. Ja. Dann haben wir Shattered Exile mit im One-on-One-Pool, was eigentlich eine Two-on-Two-Map ist, die man aber auch sehr gut One-on-One spielen kann und Shattered Exile sorgt eigentlich immer für ziemlich geile Games. Ja. Und gibt's komplett neue Maps auch? Es gibt tatsächlich, gut, dass du's sagst, Florentin will, eine komplett neue Map von dem Creator von zum Beispiel Autumn Leaves, der gute Tenshi. Nein, unser Tenshi. Unser Tenshi. Unser Tenshi, der früher auch immer die Tenshi-Erklärt-Videos gemacht hat, wo ich alles über das Lightning-Shield creepen gelernt habe. Genau dieser Tenshi. Der macht immer noch Sachen und zwar Maps und die sind sehr gut und seine Map heißt Gloomstalker und die ist komplett neu, sieht so gut aus wie kaum eine Map vorher, möchte ich sagen und hat auch ein paar sehr unike Features. Ja, du bist aber auch so ein Unterholz-Typ, bei dir, da muss es blubbern, da muss es qualmen, da muss es brodeln, da fühlst du dich wohl in so einem Sumpf, oder? Ja, absolut korrekt, ich bin ja auch quasi im Moor aufgewachsen und da fühle ich mich dann schon sehr nah bei dem, was da ist. Und da bist du als Gloomstalker, da hast du ja fast schon Blythe in der eigenen Base, wenn du nur dabei bist, da ist ja alles schön schwarz und blubberig und wir haben überall so diese höllischen, grünen Waberfelder, also das hat schon eine coole Atmosphäre, so ein bisschen Undead als Map schon, finde ich, fühlt man sich zu Hause. Ja, absolut korrekt, zeigst du das schon bei dir auf dem Stream, oder? Ach so, ja okay, habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet, weil ich kurz die Zeit überbrücken musste, wo du noch mit anderen Leuten geschnackt hast, aber ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon mal auf meinem Kanal gesehen, von daher, Gloomstalker, sehr, sehr, sehr cool, wir hatten noch einen Gloomstalker Cup gestern Abend, das war extrem unterhaltsam, es wurde quasi nur gefightet, so Early Game, Late Game, Mid Game, war alles eins, weil es wurde sich nur gegeben, und das ist natürlich für mich aus der Caster Perspektive ideal. Sehe ich das richtig, eine Goldmine ohne Creeps in der Mitte, die man von zwei Seiten aus angehen kann? Absolut korrekt, das, wie auf Springtime gibt es auch hier eine Goldmine ohne Creeps, ähm, das könnte man ja auch, Springtime hat auch Creeps, die haben doch die Akkolyten da in der Mitte, ja, die stehen doch dahinter der Goldmine, oder nicht? Oder sind die wieder raus? Wann hast du das letzte Mal Springtime gespielt? Vor 18 Jahren. Ja, das merkt man. Die wurden rausgepatcht? Schon ganz lange her. Du, für mich sind so Creeps ja kaum Herausforderungen, ich geh da ja durch wie Butter, ich merk das kaum. Ja, 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 alles klar, ähm, gut, ja, kann man sich schon mal vorstellen, dass die gar nicht da sind, so schnell wie man die zerstört, aber hier haben wir tatsächlich keine. Was wollte ich sagen? Links und rechts, also, genau, also in der Mitte, ähm, da sind tatsächlich keine Creeps, genau wie auf Springtime, ähm, aber da so links und rechts davon, da könnte man ja meinen, da sind auch keine Creeps. Weißt du? Ja. Was ich mein? Ach so, bei den Goldminen. Bei den Goldminen. Tatsächlich. Sieht ja aus, als wären da drei freie Goldminen auf der Map. Währenddessen ich das hier für meinen Chat auch mal kurz... Wow, die sind ja alle, alle Goldminen. Moment. Alle Goldminen? Nee. Wieso hab ich denn jetzt den Fokkowor? Ich hab doch Fokkowor ausgestellt! Mann, dieser Tenchi, der verwirrt uns hier, das ist wirklich Knoten im Kopf. Sorry, das muss ich jetzt nämlich tatsächlich zeigen. Yo, Witty, danke für den Raid, mate. Äh, hope you had a good stream. ähm, ähm, ja. Das ist nämlich das Trick hier auf Gloomstalker. Da denkt man, da ist eine freie Expansion. Da ist aber gar keine freie Expansion. Weil die Creeps, die da oben drüber und unten drunter sind, die bewachen die Goldmine, obwohl die ein Stück weit weg stehen. Ja. Wenn du da dein Gebäude hinbaust, werden die Agro ziehen. Es ist ja so, dass die Creeps an Goldminen eine größere Agro-Range haben und Gebäude schneller angreifen, wenn man da daneben baut, als die, wo keine Goldminen sind. Ist das jetzt bei denen auch so? Oder könnte man da jetzt zum Beispiel einen Turm an die Goldmine bauen und denen ist das egal? Äh, oder würden die da auch schon direkt angreifen? Die würden auch direkt angreifen. Man darf also, also man kann hier nicht enthängeln oder so, da irgendwas hinpacken. Dann laufen diese Creeps hier hoch oder diese Creeps hier runter. Die bewachen, also die haben ein gutes Auge drauf, ähm, vielleicht mit einem Fernglas oder so, aber die Bewachung ist definitiv da. Dann wird jetzt natürlich schon angefangen, wie kann man das abusen? Gibt es da irgendwelche Bugs? Kann man da trotzdem expandieren? Yada, yada. Aber soweit ich weiß, ist es nicht abusable bisher. Äh, die Pros finden wahrscheinlich wieder was, aber dann kann man es natürlich auch aktiv patchen, weil Tenji immer alles guckt, was wir machen. Äh, ansonsten, ja, wie man sieht, relativ schöne Map, sehr dunkelgrün gehalten. Es schmaucht und faucht hier, coole Creeps, wie ich finde, mit ganz vielen Furbergs und auch so Dark Troll-Vibes. Und die Ecken, Florentin, hast du dir diese Ecken angestellt? Oh, die Ecken. Oh, schön, wir haben wieder das Schiffswrack. Das sehe ich immer gern. Haben wir wieder Easter Eggs? Äh, es gibt oben rechts natürlich den rockenden Decay, das ist ein bisschen das Markenzeichen von Tenji. Auf jeder Tenji-Map ist der rockende Decay mit Gitarre in der Hand. Alter, und die hart, äh, die roten Camps, das ist ja schon hart. Die meine ich. Die roten Camps mit dem Infernal in dieser dämonisch-grün-leuchtenden Ecke mit den dämonisch-funkelnden Statuen, da das hat Tenji wirklich ganz fein gemacht. Stark. Also, da will man ja Flugeinheiten bauen, nur um sich das einmal in Ruhe anschauen zu können. Oder man macht den Fock of War weg, ne? Dann geht das natürlich auch. Ja, das braucht man. Das will ich aber nicht machen im Stream. Okay, gut, das ist natürlich das Ziel überlassen. Ganz vorsichtig, Jan, das ist Vorsicht, was du hier sagst, ne? Jo, also da ist so, die normale Creep-Route ist, äh, mit dem Lab anzufangen, das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, man kann auch zum Mercenary Camp, was es auch gibt, auf der linken, beziehungsweise ganz rechten Seite der Map, ähm, ist ein bisschen risky. Und ja, Gloomstalker, ich bin sehr gespannt, gestern gab's sehr, sehr, sehr gutes Feedback, äh, von den Spielern und auch der Community, von daher vielleicht nach Hammerfall, die nächste Hype-Map auf die drei Champions. sehr cool auf jeden Fall, wir haben zwei Tavernen auch wieder, ne? Also ein bisschen Concealed Hill-mäßig. Ja. Aber langer Weg. Du wirst ja jetzt wahrscheinlich schon jede neue Map sofort auf die Speedrun-Challenge abklopfen, aber nehm ich mal an, das ist ein bisschen zu groß, aber die nahe Taverne ist natürlich ganz cool. Florentin Will, gut, dass du's sagst. Ich habe das natürlich auf Rush Distance überprüft, ähm, ich habe noch nicht geguckt, wie weit die Taverne weg ist, aber von Basis zu Basis hat Gloomstalker die kürzeste Rush Distance von allen Maps. Oh! Wie ist das jetzt mit dem Flutschi-Regelwerk? Die Map, wenn die erst nach dem Start der Competition aufkommt, wie ist das dann? Das ist eine gute Frage, Florentin Will. Flutschfinger WC3 ist immer noch in meinem Chat. Wie sieht es aus mit neuen Maps im WC3, W3 Champions Map Pool, Flutschi? Gilt es für den Speedrun oder nicht? Das könnte natürlich alles ändern, auch wenn die Taverne wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen zu weit weg ist. Ich verfolge das ja sehr angeregt, auch deine Videos auf Back to Warcraft mit dem Rekord von Armin mit den Surroundten Wisps. Sehr, sehr coole Idee auf jeden Fall. Schaut euch das gerne an. Das dauert, das ist, glaube ich, noch eine Woche. Letzte Woche haben wir gesagt zwei Wochen. Ja, genau. Eine Woche. Du wolltest ja auch rein starten, hast du letzte Woche gesagt. Ich bin nicht der Typ für Schnelligkeit, habe ich gemerkt. Ich bin der Typ für langsame Entspannung. Alles, was schnell ... Ich werde nie ein Speedrunner sein, glaube ich. Ich will lange entspannte Spiele. Ich bin so ein Tree of Life, der so ganz langsam durch die Gegend geht und deswegen war mir das noch zu schnell, muss ich sagen. Hast du denn Computer insane besiegt überhaupt? Ich mache ja immer ganz leicht und dann baue ich ganz viele Türme und dann lasse ich den Gegner immer an die Türme anrennen und dann so geht ein Nachmittag auch schnell rum. Ja, cool. Das freut mich natürlich, dass du dann auch auf so eine Art Spaß hast. Bist du so ein bisschen anders. Ja, auf jeden Fall. Aber coole Map, freut mich. Sieht erst mal groß aus, aber wenn du sagst, die Rush-Distanz ist relativ klein und natürlich mit den Goldminen, hat sich das Sinn? Du hast gesagt, der Cup lief, wahrscheinlich schon ein paar Spiele gesehen. Ist diese mittlere Goldmine denn begehrt und kämpft oder ist die dann doch zu verwundbar da in der Mitte? Ja, da geht halt so viel ab, dass man immer ein paar Shots auf der Goldmine über hätte. Ich habe noch nicht gesehen, dass die erfolgreich genommen wurde. Also wenn so ein Spiel durch ist, dann kann man da natürlich mal ein Tree hinstellen, so aus Jux, um den Nagel da in den Sarg zu hauen. Aber dass da jemand jetzt direkt von Anfang an reinrushed, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Man könnte ja von Anfang an ganz viele Arbeiter bauen und dann die da Long Distance minen lassen. Ja, weil die Distanz zur Goldmine ist ja super kurz, das ist richtig. Ja, aber du hast keine Creeps von Anfang an. Du kannst wie in Age of Empires einfach durchgehend Worker bauen, um dann die ganze Zeit zu Long Distance minen. Wir können äußerst gerne mal ein One-on-One spielen und dann machst du das genauso. Geil. Ich denke jetzt schon nach Strategien nach für unser Match, aber es ist gar keine 2v2-Map. Ist leider keine 2v2-Map. Aber vielleicht Shadowed Exile. Ja, aber coole Map auf jeden Fall. Ich mag das ja auch immer so ein paar andere Umgebungsstile. Ich bin ja immer noch ein Fan von Rusty Creek auch. So dieses rote, wüstige. Hat sich aber, glaube ich, nicht so mega durchgesetzt, ne, die Map. Mögen die Leute nicht. Also, die Warcraft-Community ja sehr konservativ, wie du weißt. Ja. Also normalerweise muss da alles grün sein. Ansonsten, also früher war ja alles grün. Wir hatten ja nichts. Das stimmt. Außer grün. Ja, das richtig. Es war eine Grünheit sondergleichen. Es war ja auch die Hoffnung, die haben wir dann irgendwann an Haken gehangen, die Hoffnung. Und dann haben wir auch Ice-Maps toleriert, weil die kannten wir noch aus der Kampagne. Das geht vielleicht noch einigermaßen. Stimmt, ja. Aber roter Untergrund, Florentin. Das haben wir noch nie so gemacht. Das machen wir jetzt auch nicht. Ja. Die Leute würden es einfach nicht. Auch die Pilzbäume. Wie gerne hätte ich die Pilzbäume mal in einer vernünftigen Map. Ja. Naja, vielleicht eines Tages können es ja privat immer noch spielen. Das ist aber nicht die einzige Map, die neu ist, soweit ich weiß. Shadow of Exile ist halt noch in der Verlosung. Ah ja, okay. Die kennen wir schon. Aber die ist jetzt auch wieder neu drin in W3 Champions. Ja. Kennen wir schon. Ja, da hatten wir auch einen Cup zu. Da haben sich leider nur Nachtelfen angemeldet. Da habe ich sehr viel Nachtelfen-Mirror geguckt. Ja, ja, ja. Das ist eine Vierspieler-Map. Aber ja, die Map mit diesen ganzen Geistern da in der Mitte und den Wasserelementaren am Shop. Aber habe ich auch ein paar schöne Erinnerungen dran. Ja, die habe ich im Sommer gespielt. Gestern im Sommer gespielt. Da war es schön warm. Ja, die haben wir bei ein paar W3 Champions Finals mal gehabt. Und da gab es tatsächlich ganz, ganz, ganz tolle äh, Matches zwischen Spielern und ich bin sehr froh, dass sie wieder da ist. Ich habe aber nicht so die krasse Hoffnung, dass sie sich durchsetzt, aber immerhin mal noch eine Chance. Ja, doch, die ist schon nett. Wie siehst du das eigentlich so als, äh, nicht Vollzeit- Warcraft-Spieler, sag ich mal? Äh, Ist es für dich, bist du davon überfordert? Ja, wenn man die alle so mitverfolgt und Stück für Stück ist das schon okay, aber es reicht halt, dass man mal so eine Zeit lang nicht dabei ist, dann kennt man schon einige nicht mehr, das stimmt schon. Vielleicht ist es ein bisschen viel, aber wenn dann auch die Alten immer wieder zurückkommen, mit Tarina Stand jetzt zurück, weiß ich nicht, ob das sein muss, aber ist schon okay. Ich, ich freue mich auf neue Maps, auch wenn ich zu faul bin, Creepsrouten dann zu lernen. Creepsrouten, können wir mal schauen, vielleicht, äh, kriegt die nochmal jemand grafisch aufgearbeitet oder so. Ich habe mich ja dafür eingesetzt, ähm, dass der Map-Pool halbiert wird, damit es einfacher ist. Ja. Für Leute diese Maps zu lernen. Dafür aber dann nach jeder Season eine größere Rotation. Okay. Finde ich gut. Werde ich unterschreiben. Wenn ich, wenn mir in der Fußgängerzone ein Mikrofon unter die Nase gehalten wird, zu dem Thema werde ich für dich argumentieren. Wie oft kommt es vor, dass du so in der Fußgängerzone dich befindest? Jedes Mal. Jedes Mal. Immer, wenn ich mal schön zu Karstadt will, neues Hemd kaufen, zack, sofort, ja, was halten sie da jetzt davon? Preisgeld bei Warcraft 3, Turnieren hier und da und so. Sollte das nicht angehoben werden? Jedes Mal. Ich komme kaum noch voran. Ich meine eigentlich, wie oft du in so einer Fußgängerzone bist. Ach so, gut, regelmäßig schön die heißen Mandeln, die leckeren Maronen, dann schön die Frittenkanone. Also du bist quasi zum Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone? Ja. Ja, okay. Alles klar. So ähnlich sieht das bei mir auch aus. Da sind mir einfach zu viele Menschen. Das muss nicht sein. Seit ich herausgefunden habe, wie man gut gebrannte Mandeln auch zu Hause machen kann, gibt es für mich kaum noch einen Grund. Du, da gibt es das Julia Becker Rezept von den Drinnis. Googelt das gerne mal. Das auf jeden Fall, man braucht nur eine Mikrowelle. Eine Mikrowelle mit Zucker und Mandeln. Und schon macht man herrliche gebrannte Mandeln. Und dann muss man nie wieder das Haus verlassen. Wenn es jetzt noch eine Möglichkeit gäbe, irgendwie selber Zuckerwatte herzustellen, dann müsste ich überhaupt nicht mehr das Haus verlassen. Aber aktuell gibt es das nicht. Kannst du mir das linken? Ich verlinke dir das auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall mittlerweile ein Standardrezept in der gut gehobenen Küche. Stark. Ja, weil also so ad hoc beim Googlen finde ich es nicht. Aber Florentin wird das natürlich in seinen Shownotes da verlinken. Ich lese gerade, der Changer braucht noch ein bisschen, bis er daheim ist, aber nur so fünf Minuten roundabout. Ja, Changer ist deswegen interessant, weil wir natürlich heute wieder auch ein fantastisches Spiel casten werden. Letzte Woche haben wir ja schon Changer dabei zugeschaut, wie er gegen 84 gewonnen hat. Bei welchem Sieg werden wir ihm heute zuschauen? Das wollen wir mal erst mal sehen, weil mein guter Caster-Kollege und sehr guter Warcraft-Spieler Q-Bird ist sein Gegner im Liga-Finale. Q-Bird hat Liga 2, äh, 1A gewonnen, glaube ich. Und Changer 1B waren dann in den jeweiligen Halbfinals gegen den zweiten der jeweils anderen Liga. Da hat sich Q-Bird gegen 84 durchgesetzt, den wir ja auch letztens schon gesehen haben. Und Changer gegen Tapion, ebenfalls ein sehr, sehr guter Spieler. Und das jeweils zu Null. Also jetzt die Creme de la Creme vom Creepjack hier in unserer Sendung. Aber jetzt sag mir das, dass das hier ein Anzeigefehler ist. Der spielt nicht wirklich random, oder? Er spielt undead, glaube ich. Aber er kann alles. Ah, okay. Na gut. Hier in der Liga hat er anscheinend als random gespielt. Das heißt, wir sehen wieder undead Human. Genau wie letzte Woche. Da hat sich dann der Human durchgesetzt. Mal gucken, ob er das wieder schafft. Oder ob die Toten dieses Mal herrschen. Die Untoten. Die sind ja nicht ganz tot. Und Q-Bird mit seinem Schottenrock. Der hat einen trecken Schottenrock. Er ist aus Schottland. Ach so. Dann denke ich das mal. Ja, kann sein. Ich habe auf jeden Fall, ich bin Facebook-Freund mit ihm. Das ist auch selten, dass man das heutzutage über jemanden sagt. Aber irgendwie auf der Insel benutzen sie noch Facebook. Und da hat er ganz schöne Bilder in traditionellen schottischen Gewändern von wahrscheinlich seiner Abi-Party oder so. Und seitdem denke ich in meinem Kopf, dass er sowas immer trägt. Und das finde ich irgendwie schön. Finde ich auch schön, ja. Meine Freundschaftsanfrage bei Facebook ja immer noch auf ungelesen bei dir, ne? Nö, ich bin jetzt drin. Hast du wohl irgendwie einen anderen Offizier? Ja, ich heiße anders. Ich heiße anders. Wie heißt du denn? Kai Fliege. Ich will ja nicht gestalkt werden von den ganzen Creepjack-Fans hier, die die ganze Zeit hier persönlichen Kontakt aufbauen wollen. Da gibt es ganz viele. Da musst du noch mal vielleicht irgendwie noch mal schauen. Ja, deswegen. Ja, ja, ja. Ich will das jetzt nicht hier verraten, aber ich sage mal so, der Richtige wird sich dir zu erkennen geben. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, was da in meine DMs leidet. Aber gut, schauen wir mal, was du da in deinem wirren Willkopf dir zusammenbastelst. Ich bin tatsächlich nicht mehr häufig auf Facebook, nur wenn ich diese eine fantastische Website besuche, Strange Instruments. Das ist für mich die beste Website, die als einziges noch Facebook rechtfertigt. Und zwar ist das eine Webseite, die unkonventionelle Instrumente darstellt. Und teilweise ist das einfach, ja gut, das ist halt eine lange Gitarre. Und manchmal ist es, wer zur Hölle sollte jemals dieses Instrument lernen? Es ist wirklich großartig. Und deswegen schaue ich da immer gerne rein. Und das ist eine Seite auf Facebook? Ja. Stark. Krass, dass die dann auch immer noch mal weitermachen. Guck mal, ich sehe hier eine Kontrabass-Balalaika. Das ist toll. Ja. Eine Picasso-Gitarre, das ist auch toll. Ganz viele Flöten und sogar, weil das Interessante ist ja so, man kennt ja so drei, vier Instrumente, aber es gibt ja viel, viel mehr. Und andere, die sich einfach nicht durchgesetzt haben, die dann irgendwie so auf deine Wangen hauen mit so einem Holzlöffel, wo du dann so ganz verrückt irgendwie dann Geräusche machst, wo man sagt, ja, das hätte genauso gut die heutige Geige werden können, dass da im Orchester einfach zwölf von denen sitzen, anstatt Geigen. Aber nein, die Geschichte hat anders gewürfelt. Und so läuft das nämlich mal. Ich würfel dir jetzt mal den Gamename rüber. Uh. Uh. Da würde mich natürlich noch interessieren, welche Instrumente du so beherrschst. Aber da brauchen wir wahrscheinlich länger, weil das wird wahrscheinlich mehr als eins sein, ne? Ähm, was ich am besten kann, ist Instrumenten zuhören. Mhm. Da kann ich alles. Wirklich? Du kannst dem Kontrabass zuhören? Na klar. Zum ganzen Abend. Solo-Kontrabass. Kein Problem. Wirklich. Könnte ich. Wahnsinn. Da hab ich kein Problem mit. Okay. Selber spielen. Du weißt ja, also, wie ich so als Warcraft-Spieler bin. Von daher weißt du über meine Fingerfertigkeit und Hand-Augen-Koordination einigermaßen Bescheid. Da kannst du es abstrahieren. Ja. So wie du denkst, spiel ich dann auch Instrumente. Oh, okay. Na gut. Vielleicht brauchst du Instrumente, wo du die Finger nicht so benutzen musst. Irgendwie so ein Gong oder sowas. Vielleicht wär das was für dich. Wo du so mit dem Kopf einfach ... Ja, Rhythmusgefühl hab ich schon. Ja, okay. Ich kann das nur nicht umsetzen. Zum Beispiel, also, so, Keyboard mit einer Hand top, mit zwei Händen schlecht. Okay. Schlagzeug mit der Hände top, wenn der Fuß dazukommt, fall ich um. Ah, okay. Verstehe. Ja, ist auch schwierig. Ich hab ja schön klassische Gitarre gelernt, dann immer mit so einem Fußschemel. Wo du dann immer schön, wenn du dann die edle Dame bezirzen möchtest, erst mal aus dem Rucksack den Fußschemel rausholst. Und dann schön Fernando Caroli und Francesco Tariga schön auf der klassischen Gitarre zupfst. Ja, fein. Hab ich letztens ... Das hast du letztens in der Sendung schon mal, glaube ich, erwähnt, auch wegen Fingernägel, dass die dann immer gefeilt werden. Genau, du spielst dann auch mit Fingernägeln und musst die immer feilen, damit die schön glatt sind. Im Podcast war das, oder? Mit Etienne, wo er gesagt hat, er zieht die Schuhe aus. Ja, ja. Ja, ja. Etienne ist widerlich. Ja. Kann ich auch einfach nicht widersprechen. Ja, bin ich auch einfach ... Nee, ich war da also 1000% auf meiner Seite. Ich kann das gerne nachholen. Der Almost Daily Podcast mit Florentin will immer eine Freude, wenn er da zu Gast ist. Was sind denn so deine Konzertsünden? Du bist ja viel auf Konzerten. Gibt's da auch so Sachen, oh, wenn da jemand sein T-Shirt auszieht oder wenn jemand irgendwie Bier in der Hand hat, so, was sind deine Pet-Peeves auf Konzerten? Was ich gar nicht mag, ist Polo-Shirt im Moshpit. Weil, das ist, während sich ein normales T-Shirt ja mehr so an dich schmiegt und dann wird das halt so nass und ein bisschen labbrig, wird ein Polo-Shirt, wenn es nass geschwitzt ist, zu einer Art Käsereibe für Haut. Wenn man sich an einem nassen Polo-Shirt reibt, dann zerfetzt es dich. Oh, okay. Es ist schlimm. Von daher bin ich für Polo-Shirt-Verbot im Pit. Das geht nicht so. Das heißt, du darfst es nicht selber tragen oder andere Leute dürfen es nicht tragen? Andere nicht. Also, ja, keiner. Okay, keiner. Gar keiner. Okay. Finde ich auch immer irgendwie so blöd hochgestochen. Wer geht denn mit einem Polo-Shirt auch zu einem Punk-Konzert? Was ist das denn? Ja. Das ist schwierig für mich auch. Das ist dann so die Konter-Kultur, die dann in Punk-Räumen, dann aber wieder sich anziehen wie auf einem Golf-Club. Um dann da nochmal anzuecken. Um bei den Punks anzuecken. Die überall anecken, will man da auch anecken. Das ist ja immer eine schwierige Rechnung mit dem Konformismus. Du willst zwar non-konform sein, aber auch nicht genauso non-konform wie die anderen. Also, du musst dann immer gucken, wie du einen Schritt weiter bist. Das ist schwierig. Deswegen verlasse ich mein Haus nicht. Dachte ich mir. Dann, zweites Ding. Alter, gebt doch eure Rucksäcke ab. Oder gebt doch nicht mit dem Rucksack aufs Konzert, Alter. Dann stehe ich da so vor der Bühne und hotte ein bisschen ab, wie meine Mutter sagen würde. Und dann kommt da ein Typ mit Rucksack. Aber da muss ich sagen, ja, aber das bin ich. Das bin 100% ich. Ich bin der Typ mit dem Rucksack. Wenn ich keinen Rucksack habe, wo ist dann meine Wasserflasche? Wo sind meine Taschentücher? Du kaufst in Becher. Wo ist mein Ladekabel? Aber das brauchst du doch nicht. Du brauchst da einfach Konzert. Guck. Brauchst den Rest nicht. Wasser kaufst deine Tegel. Du brauchst Taschentücher. Was ist, wenn ich niesen muss? Ich habe eine Stauballergie, wenn ich niesen muss. Ich brauche immer Taschentücher und eine Wasserflasche bei mir und natürlich immer fantastische Warcraft 3 Matches. Das sind die drei Dinge, die ich immer bei mir haben muss. Und zum Glück habe ich alles hier. Wasser, Taschentücher und ein fantastisches Warcraft 3 Match. Denn Changer ist zu Hause angekommen. Ich weiß nicht, ob er sich noch die Schuhe ausgezogen hat oder direkt an den Rechner gesetzt hat. So oder so ist er bereit für das Finale hier gegen Rauru. Ist das ein inoffizieller Name oder eine Art Kosename, den wir hier sehen von ihm? Ist ein sogenannter Schlumpf-Account. Verurteilen wir das? Nö, denke ich nicht. Na gut, dann herzlich willkommen als blauer Andead Rauru. Ja, der gute Q-Bert. Ihr kennt ihn als meinen Lehrer, wo er viel versucht hat, aber leider nicht so viel hingekriegt hat. Das lag aber größtenteils an mir, nicht an ihm. Ach, das stimmt. Ihr kennt ihn als Caster von W3 Champions Finals, vom Rauru Land, als gute Seele. Ja, daher kennt ihr ihn zum Beispiel. Und Changer, den kennt ihr natürlich aus zum Beispiel der ESL-Meisterschaft oder auch jetzt WC3 Dach Inferno. Da ist er überall mit dabei, einer der besten deutschen Humans, die wir so haben. Lehrmeister von Leon. Bevor Leon Leon war, war Changer schon da und hat ihm alles beigebracht. Und generell auch ein Funny Dude. Spielt für die Rocket Beans und muss jetzt schauen, dass die Phantom Aces Invasion von Q-Bert noch in letzter Sekunde abgewehrt wird. Wer auch immer zwei Maps gewinnt, ist der Creep Camp Meister. Puh, steht einiges auf dem Spiel. Letzte Woche hat er schön gut performt und hat gezeigt, was er so drauf hat. Wir haben viele verschiedene Helden gesehen. Drei verschiedene Starthelden haben wir gesehen. Wir haben den Arc Mage gesehen, den Mountain King und am Ende hat er auch noch den Blood Mage rausgeholt. Er kann alle Helden spielen. Hier entscheidet er sich eher für die Standardvariante für den Arch Mage. Da möchte er die Magie kanalisieren. Hier auf Northern Isles gegen Death Knight. So, da sehen wir keinen Lich, keinen Crypt Lord, keinen Dread Lord. Schauen wir mal. Für Changer ist ja dann das Double drin, wa? Was meinst du? Double? Äh, Double. Pokal und Liga. Oder nicht? Habe ich da was? Wie sagt ihr nichts? Was weißt du mit Double? Double zwei Titel. Duplette. Double. Beide. Zwei? Ja. Okay. Kenne ich halt den Begriff nicht. Ich kenne den Begriff Double nicht. Für mich ist ein Double jemand, der so aussieht wie ich. Deswegen dachte ich erst, hä, meint er jetzt irgendwie Paladin, Death Knight, weil die es nicht so ähnlich sind, so gespiegelte Fähigkeiten und so, wegen der Warcraft 3 Lore oder so, habe ich nicht verstanden. Aber das sagt man doch so. Einfach, okay. Okay, dann haben wir das, also wenn man zwei Titel holt, dann heißt es, man holt das Double. Und wenn man drei holt? Dann ist es das Triple. Und vier? Gibt's nicht, glaube ich. Quipple? Quipple. Quipple, Quappel. Ach, und dann das Quappel natürlich. So viel hat noch nie jemand gewonnen, auf jeden Fall. Eigentlich nicht. Kämpfe wurden aber alle gewonnen gegen die Creeps. Das hat schon mal gut funktioniert. Beide Creepen hier kriegen Items, Gloves of Haste und auf der anderen Seite auch Gloves of Haste. Guck mal, das ist doch Fairness. Es gibt Gerechtigkeit in der Welt. Und hier der Akolyt, der hält die Leute hier vom Milizen ab. Kommt aber nochmal rechtzeitig an und da will er sich schon eine Expansion hier holen und den Tasker angehen. Währenddessen allerdings Rauru Kubert auf dem Weg mit vier Skelettgesellen. Der Name Rauru gefällt dir, ne? Ja, finde ich schon gut. Ich höre da eine gewisse Affinität draus. Schön viele R's mit Caroline Reiber. Genau das. Und jetzt die Coil auf den Magi. Aber schön verzögert vom Changer. Hat er nochmal innegehalten und da geht die Coil ins Leere. Die zwei Wassermetage hier immer, diese mobilen Türme, ballern hier einfach alles kaputt. Kein Problem. Und das reicht nicht. Mal gucken. Ah, Coil noch für den Zauberer. Und ist jetzt auch Level 2. Für den Frost-Jamanen. Oh, Surround! Oh, guck mal, und das mag ich. Das finde ich gut. Wenn Leute Surrounded sind und sofort TP'n. Nicht immer dieses, ich lasse mich noch auf 5 HP runterkloppen und in der letzten Sekunde zu TP'n. Nee, wenn du Surrounded bist, Instant TP, um noch die HP zu sammeln. Denn, Yannis, um dir das mal mitzuteilen, es ist relativ schwer, für einen Death Knight sich im Early Game zu heilen. Deswegen sind die HP hier sehr wichtig. Deswegen sofort raus, TP. Danke, dass du mir das nochmal mitteilst. Du hast es natürlich jetzt nicht gesehen, aber im Vorfeld der Sendung habe ich noch zwei Letter Games gemacht. Sie waren beide gegen Human. Und ich habe sehr schnell, sehr deutlich gemerkt, dass es dann doch eher schwierig ist, seinen Death Knight nochmal zu heilen, nachdem das Early Game nicht so läuft, wie man sich... Hätte ich dir auch sagen können, Yannis. Ruf an! Ja, du warst ja mit anderen Leuten beschäftigt. Wieder. Wand of Illusion wurde hier noch gefunden. Direkt eingesetzt. Zwei Falschmen, Falschfootmen, Falsemen sind hier unterwegs. Aber fällt er rein, Kubert? Null! Er fällt null auf die Illusion rein. Also keinerlei Bambusel hier auf dieser Map aktuell zu sehen. Der lässt er sich gar nicht einreden. Will hier direkt an die Worker, denn die sind saftig. Und das ist die schöne Pampelmusenfrucht des Menschengeschlechts. Das sind die Arbeiter. So ist es. Die schreien auch immer so schön, wenn sie sterben. Hört mal hin. Oh! Ganz toll. Das könnte ich mir einfach 24-7. Ja, und die Skelette nur so klippity-klapp. Klippity-klapp. Das ist einfach nicht interessant. Aber der Arcan Tower macht hier einiges an Schaden. Kriegt die raus. Wo sind die Illusionen? Einer ist noch an der gegnerischen Expansion. Ja, aber macht dem Q-Bird überhaupt nichts. Ist übrigens sehr interessant, dass er hier Ted Fiends und DK spielt. Normalerweise ja Lich. Und dann auch eher so Richtung Fast Expansion vom Undead. Und dann geht es immer so darum, wer cancelt wem die Expansion und wer kommt am Ende besser auf Tier 2 an und so weiter. Q-Bird mit einem Oldschool Approach. Ohne eigene Expansion. Dafür eher mit einem Timing-Push dann Richtung Tier 3. Wo ich letztens auch im Cast gesagt habe, wäre das nicht mal wieder eine Strategie, die man gegen diesen Human-Stil versuchen sollte. Und entweder hat Q-Bird dazugehört oder zwei Genies denken gleich. Changer will hier auch ein bisschen nerven. Hat die Level 2 Wasserelementare. Könnte bald noch einen neuen beschwören, um hier Schaden zu machen. Lich ist mittlerweile auch rausgekommen. Der kennt sich natürlich aus mit Wasser. Der weiß, wie man damit umgeht mit dem Wasserschaden in der Wohnung. Das Andead einfach schön raus. Drücken hier das Wasser raus aus der Base. Kein Problem. Ich denke immer noch über diese beiden Illusionen nach, die Changer so völlig lieblos einfach irgendwo hingeschickt hat, wo ich mir denke, hätte er den nicht verkaufen sollen, den Wand of Illusion. Ich glaube, da war ein bisschen Frust mit drin. Einfach so, hier, nimm die Illusion so, einfach irgendwo hingeschickt. Aber gut, muss er selber wissen. Hat damit auf jeden Fall mal das Tech-Timing gescoutet, weil die Illusion ja die ganze Zeit in der Base war. Ich würde sagen, das war schon ganz gut. Wir beide hätten es wahrscheinlich gar nicht eingesetzt. Null, überhaupt nicht. Damit das Spiel beendet. Und auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Okay, er kauft damit aber auf jeden Fall eine Menge Zeit für seine Expansion. Hat auch einen Shredder schon hier dabei. Das heißt, jetzt schön doppelt Gold und richtig viel Holz. Ich glaube, ungefähr acht Arbeiter ersetzt ein solcher Shredder. Damit wahnsinnig viel Holz hat er hier in der Base. In der Homebase hat er auch einiges. Improved Masonry wird hier erforscht. Das heißt, hier werden schön Häuschen gebaut. Schön gutes Eichenholz. Schön verstärkt. Und diese Base ist auf jeden Fall stabil. Und währenddessen macht er weiter Druck. Ganz klassisch schön den Gegner vom Creepen abhalten. Jo, weil das ist genau, was er braucht. Zeit! Die möchte er natürlich Q-Bite hier nicht geben für den hochgelevelten Lich. Es geht alles um diesen großen Push. Sobald wir Tier 3 haben, gesehen wird Destroyer und vielleicht sogar ein Pitlord mit Reign of Fire. Und dieser Push muss dann sitzen. Idealerweise auch mit einem Level 3 Lich. Aber da ist er ja noch ganz weit von entfernt. Hat sich nie durchgesetzt. Ich wollte immer etablieren, dass man den Pilo nennt, den Pitlord. Hat sich nicht durchgesetzt. Pilo? Pilo. Aber hat jemand... Klingt für mich so ein bisschen nach dem Kosenamen für das männliche Geschlecht. Das finde ich irgendwie weird. Oh, okay. Oder Kosenamen für Piloten. Das ist natürlich auch klar. Ich bin euer Pilo für heute. Für den heutigen Flug. Oh, und wer ist unser Zwerg für den heutigen Tag? Es ist Beezil Budstone. Budstone? Das klingt auch wie eine Krankheit, die ich nicht unbedingt sehen möchte. Bloodstone? Was ist das denn für ein Wort? Ich habe... Bud habe ich verstanden. Aber wie ist Blood? B-L-U-D. Oh, die Dark Ranger! Die gute Nara. Da ist sie. Äh, für Silence direkt. Damit keine Stormbowls gerade. Erst jetzt. Das geht natürlich direkt drauf auf den Held, weil der hat kein TP mehr. Aber Frost Armor hat er. Jo, aber... Hilft ihm das? Anscheinend ja. Aber wollte er das skillen oder hat er das jetzt als Reaktion auf den Hero Focus? Geskillt und mit dem nächsten Hammer 18 HP. Aber... Oh, die Frost Armor kann hier nicht retten. Das tut weh. Das ist genau dann zum Zeitpunkt, wo er eigentlich natürlich pushen will. Aber direkt nachgekauft. Kein Problem. Ja, ist natürlich teuer, Tabelle. Ein Rabatt für die Schotten ist er nicht. Die Wasser-Inventare hier laufen hier einmal durch und er will einfach nur diesen Helden. Kommt der ran? Er hat sich eine Unsichtbarkeitstrank geholt. Er will hier nochmal schön das Attentat verüben, aber haut dann doch die Fiend kaputt? Nee. Warum ist der unsichtbar? Okay, ich glaube, er war durchgehend unsichtbar. Ich habe es noch nicht richtig gesehen. Aber mittlerweile der DK hat sich hochgeheilt. Kein gutes Ziel mehr. Was ist Blut? Was ist Blut? Nee, von Beezel Bloodstone. Was ist das für ein Wort? Also, es ist wahrscheinlich Altenglisch für Blut. Ach, das kann auch sein. Ja, Blut. Und dann wird das U irgendwann durch zwei O ersetzt und there you go. Oh, Achtung, das könnte jetzt natürlich der Ice Troll Warlord-Snipe werden. Wie lange hält diese Unsichtbarkeit noch? Hält noch eine Weile. Aber nein, er will den ersten, den kleineren hier rausnehmen. Hat auch Frostarmor hier dabei. Jetzt kann der Andert hier mal sehen, wie das ist, hier auf die Eiszapfen einzuhauen. Was er seinen Gegnern immer antut, aber dafür kriegt er hier ein Book of the Dead. Wie passend. Der denkt sich der DK auch. Ja, habe ich schon gelesen. Ja, das wurde auf jeden Fall ein paar Mal ausgeliehen in der Andert-Bibliothek. Dafür tauscht er es ein. Vom guten Flohmarkt hier in der Mitte der Map holt sich eine Klaue. Das gefällt dem Litch natürlich besser. Aber Q-Bert macht so null Schaden an der Human Economy. Das wäre fast der Snipe geworden mit dem Stormbolt hier. Nova natürlich ein bisschen schneller dabei. Ja, also Q-Bert will eigentlich an der Echse sein und da Terror machen, aber es spielt sich alles so in der Mitte der Map ab. Das ist nicht ideal. Ja, dafür konnte er schon ein bisschen Erfahrung abgreifen auf jeden Fall. Level 3 Litch ist schon kurz davor. Und jetzt der Doppeltempel der Verdammten. Werden das jetzt wieder Necromancer oder Banshees? Antizipiert er jetzt schon die Knights oder werden das tatsächlich Totenbeschwörer? Und jetzt noch eine Necropolis? Will der expandieren? Ist er in der eigenen Base? Was ist denn da los, Janis? Das ist eine gute Frage. Er braucht natürlich sehr viel Holz, um da jetzt gleich die Updates rauszuhauen für entweder Banshees oder Necromancer. Dementsprechend braucht er aber auch irgendwas, was Supply gibt und dann vielleicht lieber eine Necropolis, wenn man Gold über hat, statt das Zigurad. Und wahrscheinlich kann er auch damit rechnen, dass irgendwie, weiß ich nicht, ein Drop in seine Base kommt oder so und da es auf die Acolytes geht, dann vielleicht gar nicht so schlecht, um noch eine zweite Necropolis zu haben. Aber ich glaube, es geht hauptsächlich ums Holz. Ja, es werden die Banshees. Adapt Training wird zumindest erforscht. Und Hubert kriegt hier auch das Red Camp. Oh, Ancient Jango of Endurance feiner Fund. Zwei Auren jetzt schon. Das ist natürlich der große Vorteil der Anderts, dass sie schneller sind als die Humans normalerweise. Und jetzt sind sie noch mal schneller. Fast gemein, könnte man meinen. Es gibt übrigens Banshees, damit ein bisschen Hilfe gegen das Stormbolt Holy Light Focus Fire. Aber ja, das ist alles ein bisschen zu früh hier für Hubert. Der hat seinen Tag noch gar nicht richtig auskosten können. Er hat schon einige Gyrocopter, die aktuell noch keine Ziele haben. Es gibt keine Destroyer. Währenddessen aber der Mountain King hier gegen die Fiends als Kammerjäger unterwegs gerade. Und Curse. Alle drei Fähigkeiten der Banshee sind gut hier. Curse, Anti-Magic Shell und Possession ist auch gut. Absolut richtig. Muss man nur erstmal kriegen. Es hilft aber schon, wenn man hier Curse hat. Damit wird natürlich ein paar Hits haut man daneben als Light und da die schnell angreifen, ist das schon mal relativ viel. Paladin in Trouble, da haben wir die Coil und Qbert kämpft sich hier richtig gut zurück. Zwei Basen gegen eine. Changer hat aber auch noch extrem viel Gold und im Fight wahrscheinlich nicht nachgebaut. Muss jetzt aber raus hier. Könnte dann natürlich relativ schnell wieder auf 70 Supply und so weiter hochgehen und Qbert hat immer noch kein Holz. Chet sagt übrigens, dass Blood, B-L-U-D, von Blood Brother abstammt und sowas wie guter Kumpel enger Freund heißt. Also Freundstein. Also ist ja aber dann schon Blut. Ja, aber halt Blood Brother so. Das kennen wir ja schon seit Winnetou. Ja, wenn du halt statt so My Blood sagst du halt My Blood. Halt so mein Das schreibt man dann anders. Janis, bin ich dein Blood? Bin ich dein Blood? Bin ich dein Blut? Nö. Oh. Bist vielleicht ein Business Partner, wenn es hochkommt. Okay. Ja, Business Partner sind auch die drei Underthelden, die hier gerade schön creepen und damit geht der zweite Red Spot an Qbert, der ein weiteres saftiges Item hier findet. Was ist es denn Medallion of Courage auf dem Blitz? Schau, da wird der ein bisschen stärker, da wird man ein bisschen schlauer. Das ist wie als wenn man im Gym noch ein bisschen liest. Auf jeden Fall. Man kann sowohl das Gehirn als ein Muskel. Aber keine Destroyer hier, ne? Also von Qbert. Verweigert hier einfach den Gyrocoptern ihr Ziel und sagt, ne, ihr seid einfach, ihr habt gerade Feierabend. Ihr habt gerade einfach nichts mehr zu tun. Da waren natürlich auch schon viele Gyros, also wenn man dann auf Destroyer geht, dann sind die ja auch relativ schnell weg, wenn die Helikopter da auf einen einhämmern. Von daher finde ich das ganz gut von Qbert, dass er sehr schnell geswitcht hat. So, jetzt geht's hier an die Human Expansion. Einige Höfe hier gebaut, die werden natürlich erstmal abgerissen. Da ist auch ein Sentry Ward hier mit dabei, falls der wieder hier Unsichtbarkeitsspielchen hier treiben möchte. Oh, und Pinguin hält hier auf. Ah, komm, die manövrieren alle rum um den Pinguin. Forstenova hier nochmal drin. Changer ist genauso ein Pinguin-Freund wie ich, der würde niemals den Pinguin auf dieser Map töten. So, haben wir jetzt endlich Possession? Jawohl, trotzdem geht er raus. Mein Chat fragt gerade, wie will er jemals die Ritter töten ohne die Destroyer? Das ist eine gute und auch berechtigte Frage. Die Antwort ist, wird er nicht, weil es werden seine werden. Durch Possession opfert man eine Banshee, kriegt er für den Ritter. Wenn denn alles gut läuft, da hoffen wir, das Beste für Q-Bot. Drei Auren hier auf alles ist natürlich auch eine feine Sache, hier, wenn die Armee wächst und jetzt holt er hier die ganzen Ghoule dazu und eine A-Bomb. Also er will hier gerade ein Timing ausnutzen und möchte hier angreifen, aber wirklich kein einziger Destroyer gebaut. Da sollen die Gyrus mal auf die Banshees gehen, werden intercepted mit Web, das ist ganz nett. Ja, haben jetzt die Bomben auch. DK, DK aber weit vorne, wird fast surrounded. Aber jetzt müssen wir darauf achten, wenn über den Banshees ein kleiner weißer Punkt aufleuchtet, dann geht das Possession los. Schwer zu sehen, Changer hat da auch keine Lust drauf, die Mortar Shots nehmen nochmal eine Banshee raus, aber das Game immer noch auf das Messerschneide. Ja, also die Banshees jetzt auch gecountert durch Mortars. Wie kann der Andert jetzt wiederum die Mortars countern? Wahrscheinlich Destroyer jetzt wieder, aber die sind weiterhin gecountert durch die Gyrus. Also gar nicht so einfach jetzt hier die richtigen Einheiten zu finden. Auf der anderen Seite geht Changer auch auf Spellbreaker, die können natürlich nicht übernommen werden, weil die magieimmun sind. Dagegen hat Qbert aber schon die Abomination und die Disease Cloud. Also hat er eigentlich schon den Konter parat für den Konter von Changer, der noch gar nicht auf dem Feld ist. So weit ist der schon voraus. Aber jetzt kann er hier hinten in die etwas langsameren Mortar Teams reinlaufen, aber Starve rettet auf jeden Fall. Von denen hat er schon zwei aktuell. Könnte sich noch einen kaufen und dann kann er hier seine Einheiten auf jeden Fall sichern, die dann auch automatisch hochgeheilt werden umsonst. Kein Problem. Gute Krankenversicherung wird hier einfach einmal komplett abgecheckt, auf die Liege gelegt und eingerieben. So läuft das in der Human Base. Teilweise sogar mehrfach. Ist natürlich Opportunity Cost, dass man die Unit während der Zeit nicht benutzen kann. Und jetzt so um die 18 Minuten Marke rum denkt sich Qbert. Gut, bei 70 Supply bin ich schon mal. Dann lass uns doch mal kurz expandieren hier. Das war das letzte Creep Camp, das hier gerade getötet wurde mit dem Murloc und jetzt ist die Map komplett leer. Das heißt, man kann jetzt nur noch den gegnerischen Spieler angreifen. Keine neutralen Gegner mehr. Man muss jetzt Stellung beziehen und das tut Qbert auch, indem er hier die Base angreift. Seine eigene Expansion im Rücken. Okay, damit... Okay, Changer wird nicht Supply Block sein. Changer geht aber ins High abgieb. Oh, das ist natürlich sehr teuer jetzt. Immer noch auf zwei Basen. Aber fast schon die perfekte Armee, ne? Die Mortars schön weit hinten drin. Paladin auch keine Items, nur ein Ring. Der kann relativ schnell weggeburstet werden. Muss er aufpassen. Da müssen die Staffs auf jeden Fall sitzen. Haben auch alle einen Staff außer der Paladin. Und wie treffen die Mortars jetzt? So weit so geht, so würde ich sagen. Kommen die Possessions durch, ist die große Frage. Weggestarft. Oh, aber da hinten sind zwei. Und zwei übernommen. Ui, okay. Und damit kommt Qbert nochmal ran. Ein bisschen von der Armee von Changer natürlich auch nutzlos, dadurch, dass Gyros sind. Wieder in Possession rein, Staff rein. Wird ein bisschen gedanced in der Backline, damit natürlich weniger Healing, weniger Regen. Aber wenn der Focus Fire auf die Dark Ranger geht, dann passt das schon. Militia kommt von der Seite noch dazu, genau wie der nächste Mortar. Jetzt ist er hier gerade in der engen Stelle. Der ist für den Murser natürlich perfekt, hier richtig viel zu treffen. Viele Fiends sind nicht mehr da. Und er hat gerade keine Gyros, also könnte er nicht jetzt ein paar Destroyer-Move? Doch, da ist er. Guter Call, da ist er nämlich schon. Damit kann jetzt gedispelled werden. Night natürlich auch ein schönes Stück Frontline, was die Fiends so ein bisschen sicherer macht. DK weit hinten. Clap zieht nochmal einiges an Slow raus. Hier gegen die Abomination, die wird aber gecoilt. Könnte auch gleich gegessen werden vom Lich, wenn denn da Not an Mana ist. Aber Q-Bert zieht sich zurück. Viel mit Disable ist er nicht mehr. Haut er nochmal eine Call Nova raus oder nee? Ja, alles grün, alles krank, alles tickt so ein bisschen runter. Q-Bert spielt auf Zeit. Und auch die Frost Armor hilft hier echt relativ viel, zumindest gegen die Knights, die dann immer wieder schön gekaltet werden können. Und jetzt die Destroyer macht natürlich einiges an Schaden, aber die Gyros werden direkt nachgepumpt. Da reagiert Changer sofort. Kriegt er die rausgewebt? Das ist die große Frage. Kann er die vielleicht Snipen mit Destroyer und Changer auch immer noch im High Up Keep? Also bezahlt extrem viel. Mountain King in Problemen. Aber der Staff ist immer ready. Aber jetzt hat er keinen Staff mehr. Wo ist denn der Parler? Der steht mitten vorne drin. Ach so. Da, wo gerade der Hammer gehoben wurde. Ach, tatsächlich. Ja, überall. Jetzt sehe ich ihn auch. Da ist er. Muss man die Koordinaten durchgeben, aber der wäre verwundbar, aber hat natürlich auch eine Menge an HP. Aber Q-Bert kann jetzt aufräumen und die Gyros rausnehmen. Währenddessen die eigene Spanj steht, aber Changer riecht das Ganze, riecht das Manöver. Der Pinguin alleine kann nicht viel machen. Er kann nicht viel machen hier alleine. Er muss zuschauen, wie die Expansion hier kaputt geht, der Arme. Boah, geile Plätze halt für den Pinguin. Da kann ich das schön aus der ersten Reihe hat er sich das angeguckt. Trotzdem, die Expansion von Changer, die hält auch nicht mehr so lange. Weniger als eine Minute, genauso wie beide Basen noch ungefähr anderthalb Minuten gehen. Und Q-Bert hat das gut gemacht. Der kann da, wenn er noch ein bisschen Gold rausholt, eigentlich fast noch mal direkt expandieren oder ganz woanders. Ja, direkt abgebrochen, bevor da auch nur eine einzige Münze rausgeschabt werden konnte. Und jetzt muss er überlegen, was produziert er jetzt? Banshee soll es sein hier aktuell. Und noch mal eine Statue. Da will man immer mindestens zwei davon haben. Und er hat noch noch zwei Knights dabei. Die müssen jetzt natürlich hoch regeneriert werden. Das ist mit Statue schon durchaus machbar. Hubert bleibt bei 70 Supply. Wer braucht er nicht? Keine Upgrades, ne? Auf übernommenen Einheiten. Die Human Knights haben eins, zwei. Die Undead Knights nix an Upgrades. Gemein, ne? Da hatten die doch schon das bessere Schwert. Ja. Und die bessere Rüstung. Und dann muss man das irgendwie abgeben oder so. Ist ja auch oft eine Moralfrage, ne? Wenn du dann irgendwie in den Chef wechselst, dann ist es natürlich auch nicht mehr das Gleiche. Hier hat er auch einen Scouting-Destroyer hier am Goblin-Shop, der jetzt einfach weggejagt wird. Oh, oh. Hilf! Naja. Der wäre schon wichtig. Der ist ein Kernelement. Ist immer wirklich so ein Hin und Her. Das will wirklich so ein glitschiges Schlittschuhfahren, immer genau die Balance hinzukriegen, genug Gyros für die Destroyer, genug Destroyer gegen die Knights, genug Mörser gegen die Banshees. Und da muss man aber gucken, in welchem Verhältnis baut man die alle nach, wenn die dann irgendwie tot sind. Sehr, sehr schwer. Aber bis jetzt halten sich die beiden hier gut in der Waage. Aber Q-Bet ist natürlich von dieser Expansion abhängig. Und jetzt riesiger Militia-Zug hier. Einmal komplett über die gesamte Map werden die Militia gezogen. Er will hier auf jeden Fall eine Entscheidung herbeirufen und diese Expansion verhindern. Das könnte natürlich theoretisch ganz viel Futter für die Dark Ranger sein. Die hat natürlich hier einen Black Arrow. Jetzt gehen wir rein hier. Destroyer sollten gesaved werden. Stehen da aber mittendrin oder fliegen mitten rein. Das war so geht so. Kriegen wir noch Possessions raus. Sieht nicht danach aus. Mord, das machen einen ganz feinen Job. Und die Dark Ranger, die muss erst mal rennen, weil die stand vorne mit drin. Nice. Ich weiß nicht, ob das so gut läuft. Die Fiends werden eine nach der anderen zerstört. hat gar keine Chance mehr überhaupt irgendwas zu webben. Disease Cloud wirkt zwar, aber ich glaube Changer, der holt das hier. Er ist einfach zu viel Zeug. Auch die ganzen Passants mittlerweile, alles blockig. Und natürlich der Luftraum komplett übernommen hier von Changer wieder. Die Gyro ist sofort, die Destroyer nutzlos gemacht. Und wie jetzt das Game noch saven. Die Mortars machen einen ganz klasse Job gegen Gebäude, können immer außer Distanz arbeiten und Colnova ist halt mächtig, aber da sind auch drei Staffs. Schöne Positionierung auch hier von Changer. Genau zwischen der Base und der Expansion lässt ihn hier nicht ran. Und ich mag auch die A-Bomb, die zwischenzeitlich Anti-Magic-Shell, Frost-Armor und drei Auren auf sich drauf hatte. Also einiges im Lebenslauf stehen. Ein Destroyer wird jetzt nachgebaut, aber kommt er an gegen die ganzen Gyros? Einige von denen auch gewebbt am Boden. Und da werden die Kranken nochmal ins Feld geschickt hier, die Peasants. Ja, hier sind jetzt sonst nichts mehr gut. Man kann nicht mehr arbeiten. Dann rein da vorne in den Graben. Das ist natürlich auch viel Supply, aber nicht Heals, gut, und dann sind sie alle wieder gesund auf einmal. Schön. Einmal ein Gedicht vorgelesen und alle sind wieder guter Dinge. Ja, ist das so? Ja, sind es Scrooge, oder? Da liest man das vor. Mit deiner Lyrik, ja. Ja klar. Lyrik kann heilen. Auch das gebrochenste Herz wieder zusammenflicken. Paladin hier in der Mitte wird ausgestarft. Hero Focus jetzt vielleicht ein Ausweg hier für Q-Bet. Viel anderes bleibt ihm nicht mehr übrig, denn er ist mit einer absoluten Übermacht hier konfrontiert. Alles grüne Gegner, ein Roboter ist dabei, Flieger und wandelndes Wasser, also alles Mögliche wird ihm hier entgegengeworfen. Da ist er natürlich völlig zu Recht hier überwältigt und in dieser ganzen Masse gehen seine Spinnen unter seine Knights. Einen einzelnen treuen Ritter hat er noch auf seiner Seite, der übergelaufen ist. Für welches Versprechen hat es sich gelohnt, seine Treue zu brechen? Ja, dafür, dass er dann vielleicht nicht stirbt, hat er die Andert zu einer gewissen Zeit in einer besseren Situation gesehen. Ich muss aber sagen, es sind ja nur noch so 20 Supply und viel davon sind Worker. So krass ist die Armee von Changer jetzt alle mehr. Nee, und seine Goldmine ist auch leer. Beide haben gerade gleiches Einkommen, nämlich null. Die Mortar ist aber... beide eine andere Anzahl Helden. Mortar kann blocken, kommt der Zwerg an! Oh, Mensch! Wo ist denn die K? Zu weit weg, kein Mana, tot! So nämlich. Und ohne Lich sage ich Hubert eine sehr schlechte Zukunft voraus. Die Staffs jetzt auch super stark hier für den Human, der immer wieder die Knights heilen kann, kostenlos. Die Knights quasi nicht mehr einfach zu töten hier, wenn die immer sofort rausgestafft werden können. Und der Paladin hat auch noch eine Menge Mana. Kann er irgendwann natürlich auch offensiv einsetzen? Ist nicht mehr nötig, denn Changer holt hier Game 1. Herzlichen Glückwunsch! Er bleibt seiner Siegesserie treu. Schön gemacht! Der Wechsler auf dem Weg zum sogenannten Double. Wenn er denn jetzt noch eine Map holt hier in diesem Best of Three. Lange, lange, lange Season. Monate ist es her. Es war noch nicht mal in diesem Jahr, als die Season angefangen ist. Jetzt das große Finale und jetzt der Matchpoint. Da müssen wir natürlich gucken, wie geht Changer mit so viel Erfolg um? Ja, er ist natürlich jemand, er möchte wechseln. Er ist ein flexibler, anpassungsfähiger Typ. Das Problem ist, das könnte ihm zum Verhängnis werden. Weil wenn ich mir dieses Spiel anschaue, würde ich sagen, wechsle gar nichts. Ändere hier nichts. Spiel das nochmal genauso runter, aber vielleicht wechsle er. Wir haben ihn beim letzten Mal gesehen, da wurde dann der Mountain King ausgepackt, da wurde der Bloodmatch ausgepackt. Er ist ein Wechseltyp, er ist ein Wechselbalk, er will sich ändern, ob zum Guten oder zum Schlechten, das wird sich zeigen. Vielleicht sehen wir jetzt nochmal andere Helden hier auf Autumn Leaves. Das ist natürlich eine Map, wo man sich überlegen muss, will man da als Undead auch expandieren? Will man da vielleicht noch heftiger auf die Human Expansion gehen? Will man vielleicht sogar einen komplett anderen Helden spielen? Ja, und wo expandiert man? Hat er auch Möglichkeiten? Keine Rechnung des Gegners expandieren oder zur Sicherheit? Mal schauen, in welche Richtung es geht. Changer hier auch mit dem Bloodmatch-Icon. Der hat Bock, der hat Bock. Ich glaube, jetzt kommt der Bloodmatch. Ich glaube, jetzt kommt der Bloodmatch. Ich kenne Changer hier schon seit zwei Spielen und ich bin mir sicher, jetzt kommt der Bloodmatch hier raus. So, so. Ja, die Selbstsicherheit. Ja, ja, doch, doch. Der heißt nicht umsonst, Wechselmann, der holt jetzt nochmal was Neues raus. Er liegt einen Punkt vorne, er fühlt sich gut, hat ein Lächeln auf den Lippen, wippt vielleicht so ein bisschen freudig im Stuhl und denkt sich, ach, komm, was soll's, mein bester Freund, mein Blood, der Bloodmatch. Wechselmann, Wechselmann, ändert die Helden, Valaskhan. Sehr gut. Guck mal, und diese Lyrik, die heilt mich von innen. Ja. Wie eine kleine Flamme, die meine Seele erleuchtet. Ah, was hat dich denn kaputt gemacht? Möchtest du mir was erzählen? Dass du mich nicht als Blood bezeichnet hast. Dass du gesagt hast, ich bin kein Blutsbruder von dir. Ja. Das hat mich zerstört. In diesen Zeiten ist das mit der Blutsbruderschaft das auch ein bisschen Thing of the Past. Ja, das stimmt. Wer weiß, wo du, was du da in deinem Blut drin hast. Ja, auf jeden Fall viel, viel Eis. Ah! Eis werden wir auch sehen, vielleicht in Form von Blizzard, wenn der Archmage denn es auf Level 8 schafft. Mal gucken, ob das passiert. Beim letzten Mal hat das nicht geklappt, aber wir sehen ihn hier wieder. Also hier wird überhaupt nichts gewechselt. Da wird gar nichts gewechselt. Einfach langweilig das Gleiche. Aber macht Q-Bert dasselbe oder packt er was Neues aus seinem Sack aus? Ist der Q-Bert jetzt der Wechsler in einem Match gegen den Wechsler? Man kann auf jeden Fall mal sagen, du denkst jetzt schon wieder, das wird genau dasselbe, ne? Denkst du? Ja. Es ist nicht. Ich glaube, wir haben wieder eine Expansion hier von Changer. Da wird er angreifen, um die Expansion zu verteidigen im Rücken. Dann wird er so großen ökonomischen Vorteil bekommen, dass er Q-Bert von seiner Expansion abhalten kann und dann gewinnt er mit einer größeren Armee. Genauso wird das abhalten. Aber es kommt doch jetzt was ganz anderes bei Q-Bert. Du denkst hier, nur weil da ein Decay steht, spielt er das genau so, aber äh, äh. Kein Graveyard, keine Fiends, das sind Gule. Viel mehr Druck. Was? Moment. Vielleicht auch eine frühe Expansion. Nämlich. Die mannigfaltige Möglichkeiten. Oh, oh. Changer Footman schaut sich das Ganze mal an. Moment. Da fehlt doch was. Moment. Wo begrabt ihr denn eure Verfallenen? Mhm. Dieser Footman, ne? Ich hasse den, wenn der bei mir in die Base kommt. Das ist so nervig. Der Akkulit, äh, der Akkulit wirkt direkt genervt. So, oh, lass mich in Ruhe, ey. Lass mich in Ruhe. Aber der wird ja geheilt. Das hast du schon 500.000 Mal versucht. Ja, aber da muss man drauf achten. Ja. Und wenn er fällt, dann ist halt Game. Ach komm. Muss man. Dann ist halt Game. Na ja. Ja, auf deinem Level vielleicht nicht der in Level 5, aber bei mir in Liga 4 schon. Ne, Rube Tower steht. Jetzt wird er zumindest mal verlangsamt in seiner schrecklichen Harasserei hier und sagt sich, ne, das ist mir zu kalt. Ich hau ab hier. In so einer Rüstung kann es auch ganz schön kalt werden, ne, wenn es eisig ist. Ich war noch nie in der Rüstung. Ich weiß nicht, wie warm einen das hält. Ich habe nur mal ein Kettenhemd getragen. Das ist schon ziemlich schwer, aber hat es temperaturtechnisch keinen Riesenunterschied gemacht. Aber so eine richtige Rüstung hatte ich auch noch nie an. Wäre das mal was für uns auf dem Lab? Ganz ehrlich, hätte ich Bock drauf. Oh, geil. Das ist doch so ein klassischer Profil, neues Profilfoto. Oh, und da kann er auch Profilfoto machen. Davon machen wir hier den Footman Surrounded. Also, Cupert, die Surrounds sitzen auf jeden Fall. Schön. Ah! Ah! Es sind die unheiligen Ritter der runden Tafelrunde. Und Wechsler, das ist dem aber komplett egal, ne? Der geht einfach gut. Wenn wir hier rechts fighten, dann schnappe ich mir einfach mein Proletariat, lasse die ihre Forken und Fackeln rausholen und dann können die das schön alleine machen mit dem Creepspot da links. Ja, hat aber nur noch ein Wasserelementar. Das erste ist schon mal ausgelaufen. Ich glaube, dass man das auf jeden Fall zum Creepen noch benutzen möchte mit beiden. Ist schon ausgelaufen. Da hat er auf jeden Fall wichtige Sekunden hier rausgeholt und ob er das Creepcamp jetzt einfach so machen kann, weiß ich nicht. Aber in der Zwischenzeit Ring of Superiority und andere Seite. Das ist natürlich spielentscheidende Item Drops hier. Ganz klar. Ähm, paar neue Gude kommen dazu. Q-Board auch natürlich auch natürlich im Tag. Zoink! Cloud. Genial gemacht von Changer, oder? Den einen Creep antäuschen, währenddessen mit den Militia den anderen Creepen und die Expansion auf einer anderen Seite bauen. Das ist doch genial. Das ist der Autumn Leafs. Das ist der Autumn Leafs-Zauber für mich. Das ist dieser Herbstzauber, den diese Map versprüht. Ist der von Tenji, ne? Oh, Tenji, ey. Das ist eigentlich schon mal jemand erwähnt. Ja, haben wir heute schon erwähnt, aber das können wir auch ruhig nochmal erwähnen. Ist nicht nur ein schöner Jazz-Song, sondern auch eine schöne Map hier. Tenji natürlich auch für seine Fähigkeiten am Saxophon bekannt. Mann meiner Träume, der gute Tenji. Der Ring of Superiority könnte in die Klauen des Death Knights fallen. Tut er auch. Plus ein Stat für alles obendrauf. Katastrophal. Stark gesehen von Q-Board, dass hier die Expansion kommt. Rechnet man nicht unbedingt so mit, dass hier nur Militia gecreepet wird, weil er ja die ganze Zeit gefeitet hat. Aber die Gule, die wurden hier schön zu einer Mahlzeit eingeladen. Ja, ein paar Passants konnten rausgenommen werden, aber damit rechnet man als Human-Spieler ja. Da hat man ja, baut man direkt schon mal vor, sorgt vor und hat hier nicht allzu viel erreichen können. Und Level 3 mit dem starken Wasser elementan ist natürlich auch eine feine Sache, aber Spansion ist durch. Turm durch. Naja. 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 Naja, gut. Ich kenne diese Verhältnisse nicht. Jannis, du hast ja die Excel-Tabelle offen. Du weißt genau, zu welchem Zeitpunkt musste er wie viele Passants getötet haben, damit ökonomisch gesehen, er 30 Minuten später, wenn er dann doch keine Expansion selber baut, dann gewonnen hat. Ich weiß das ja nicht. Ich sehe zwei tote Passants und denke mir, naja. Ich finde es gut. Ich bin auch eher so Team Bauchgefühl als Team Excel-Sheet. Von daher würde ich zu deinem Naja sagen, ja, na. Ähnliche Reaktionen entlockt uns auch der Lich als Second Hero. Jetzt nicht die absolut spektakulärste Entscheidung. Und auch Changer macht es natürlich wie üblich, wie das in jedem RTS-Handbuch steht. Wer expandiert, macht Druck, um Zeit zu kaufen. Und das kann er hier auch gut mit seinen Wasserelementaren, die schön hier einfach stehen und raufballern. Mit zwei sogar. Reicht das? Die Siege-Foodies? Ja, kriegt er hin. Und jetzt haben wir Nova. Gut, dann müssen jetzt Footmen gegessen werden. Aber da sind einige Ghule sehr angeschlagen. Und bei zwei Workern hast du gesagt, naja, aber bei zwei Ghulen würde ich sagen, Jung. Oh, diese Wasserelementare, das ist ja so furchtbar. Drei Stück. Beide Seiten geben sich hier gerade ordentlich. Und die Gewinner sind wahrscheinlich wir. Und die Helden, weil die leveln wie blöd. Ja, und der Friedhof, der macht gut Umsatz heute auf jeden Fall. Ja. Der Altar, der kann ja der Waschbär, der macht ja auch nix. Nee, der macht leider nix. Er wird einfach hingerichtet jetzt. Zur Strafe. Der ist aber schuld, wenn der nicht hilft da. Hätte er mal so ein Brett mit hinbringen können oder so. So, aber jetzt, und der wird sogar ein Turm ausgebaut hier. Also ein bisschen Verzweiflung weht hier schon durch die Undead Base. Man muss hier nochmal einen Turm upgraden. Das ist wahrscheinlich nötig. Ah, vielleicht bricht er jetzt ab, wenn Challenger sich zurückzieht. Oder sagt er, nee, ziehe ich durch? Na, zieht er durch. Nein, bricht ab! Der macht spannend, den Sch. Er braucht natürlich jede Dublone und jede Spalt Holz, um da irgendwie die Echse auszugleichen, die bei Challenger jetzt schon seit einiger Zeit läuft. Oh, ein Zeppelin sehen wir hier für Challenger. Interessant, könnte noch weiter die Base harassen. Aber nein, bricht hier erstmal den Creep ab. Oben. Oh, aber Skelett sieht es! Skelett sieht es! Wie reagiert Kubert hier drauf, der sich erstmal in der Goldmini hier verdingt und so ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln möchte? Gule werden rausgezogen und jetzt, was kann Challenger hier erreichen mit dem Blick über die Wipfel? Es wurde sich übrigens gerade beschwert, dass hier Nadelbäume sind und du die Bäume eine Eiche genannt hast. Da bitte nochmal in die Nachhilfe gehen. Alles klar. Ja, ich buche einen Kurs bei der VHS Bäume für Anfänger. Wald. Ja, VHS Wald bitte nachholen. Ich komme auch gerne mit dir dahin. Ich möchte auch was über den Wald lernen. Können wir ein bisschen Harz zusammenschürfen. Oh, schön Harz. Das riecht so gut. Das riecht so gut. Ja. Aber es ist ja der Blut des Baums, ne? Also eigentlich. Ja. So, jetzt wünscht er sich doch den Tower doch zu haben. Er hat jetzt den hinteren auch entwickelt. Also ganz interessante Entscheidung für Kubert, der sagt, wenn ich von vorne angegriffen werde, upgrade ich den vorderen Zigarat. Wenn ich von hinten angegriffen werde, upgrade ich den hinteren Zigarat. Das kann Challenger jetzt natürlich ausnutzen, um von der anderen Seite anzugreifen, aber ich glaube, der macht gerade nicht mehr so viel mit diesem Zeppelin, denn der geht gleich zu. Der muss dringend zum TÜV. Der steht in Flammen. Jo, bisschen Kühlwasser unterschätzt, beziehungsweise schleifen lassen. Aber ist ja schon fast alles ausgeladen. Aber der Gargold, ne? Ist natürlich gut, dass er jetzt hier alles ausgeladen hat. Vielleicht hat er sogar mit gerechnet. Nein! Die beiden Footmen sind auch noch betäubt, haben den Debuff Dissiness. den ist schwindelig. Oh, ganz klar. Ja, der ist schwindelig. Mir wäre auch schwindelig, wenn ich aus dem Zeppelin rausfallen würde. Aber sie kommen nochmal zu Hause an. Kein Problem. Was macht man gegen Schwindel? Was machst du, wenn dir so richtig schwindelig ist? Hast du da ein gutes Rezept? hinlegen erst mal natürlich. Und dann schlafen. Aber das ist immer schwierig, weil man kann ja schlecht einschlafen, weil dann der Schwindel ja überhand nimmt und so. Ne, also ich bin sehr anfällig für Schwindel. Okay. Das könnte der Anschmensch auch sein. Er wird hier durch die Gegend gewirbelt mit dem One of the Wind und da soll ein Surround vorbereitet werden. Klappt nicht so hundertprozentig beim zweiten Anlauf vielleicht, aber der Mountain King, der Blutsbruder stellt sich hier schön rein und trotzdem zu. Trotzdem zu. Kann er sich da rauskämpfen. Sleep. Dreadlord. Da kann natürlich auch nicht gestaffed werden. Der Staff ist noch nicht da, von daher TP. Oh, sind die Footmen da in Range? Nö. Ui. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, gute Frage. Ja, nicht ideal. Können hier auf jeden Fall rausgenommen werden. Aber hier hat er wieder sich richtig low boxen lassen hier vorm TP. Ist aber auch immer schwer, ob man sich dann auch feil kämpfen kann, gerade wenn man MK hat mit dem Burst Damage. Aber der MK bleibt jetzt hier in der Nähe der Expansion. Der will einfach an diese Expansion ran. TP direkt nachgekauft und er schläft direkt ein. Der alte Mann, aber er hat ja noch einen TP, er kann da schon raus und währenddessen bereitet er neue Lufteinheiten vor. Dreimal Griffin Aviary, diesmal also Dragonhawks oder Drachenpfeifenreiter, wie Anxiety sagt und Griffins. Das ist so ein bisschen schwierig zu kontern, habe ich das Gefühl. Aber auch Q-Bert hier mit einem Taktik-Switch, wieder mit dem Temple of the Damned. Was sagst du denn zu dem Match-Up Griffins Gargoyles? So ganz isoliert betrachtet, nur die beiden ist natürlich schon ganz stark im Gargoyle-Territorium anzusiedeln. Aber dann gibt es natürlich auch Stormbolt, Holy Light, Staffs, genauso wie Coil und Nova und hier vielleicht gleich Carrion Swarm und ein Debuff von entweder Banshees mit Curse oder Necromancer mit Cripple und dann geht es noch schlechter aus für die Griffins. Dementsprechend müssen die Griffins so ein bisschen auf Hilfe hoffen. Wir schauen uns mal an, vielleicht werden wir es so sehen. Die Goldmine ist jetzt fertig geworden, wird allerdings direkt maltretiert, kann nicht repariert werden, alle Akkolyten werden rausgenommen, keine Handwerker verfügbar und der Zwerg einfach rausgestarft von der anderen Waldseite. Also durchaus Stil und Eleganz hier vorhanden, muss ich schon sagen. Das gefällt mir schon gut. Der Changer, so nervig das auch ist, dieser ständige Druck mit Footman, er macht das gut und das ist schön anzusehen. Ja, der Changer ist ein sehr eleganter Typ, hat auch ganz, ganz feine Haare, da wird man natürlich neidisch von meiner Seite auch, aber er hat es auch verdient einfach. Sein Paladin kommt auch wieder dazu, kennt man diesmal allerdings hier mit Gryphon Rider. Von denen, Qbert glaube ich, wirklich noch gar nichts weiß, jetzt kommt hier das Upgrade auch für die Gryphon Rider und weitere Griffins mit drei Horsten. Das ist eine ordentliche Horstung, die hier stattfindet, hier auf der Seite von Changer. Ja, ab wann weiß er es? Ich mein, Carrion Swarm? Gar nicht so schlecht, aber die Level fehlen. Er hat aber jetzt schon die zweite Crypt am Start und Webb kommt auch, also irgendwas riecht er da, falls er es wirklich noch nicht gescoutet haben sollte. Ui, und Banshees, ich mein Banshee gegen Griffins, ich mein, die sind halt wirklich One-Hits gegen so ein paar Griffins, aber wenn die die übernehmen können, hallo, hallo. Können die nicht übernehmen, weil das Flugeinheiten Ja, aber nur, ja, weil die Dark Ranger mit ihrem Ult kann Flugeinheiten übernehmen, aber die Banshees nicht, Janis. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Ist absolut korrekt, aber Anti-Magic-Shell ist natürlich eine feine Sache gegen Magic-Damage. Das stimmt, das ist richtig. Level 3 ist für den Lich gar nicht so schlecht, Frostnur wird direkt ausprobiert, wie wenn man eine neue Grillzange kauft, da muss man einfach mal so ein paar Testklapper machen und das macht der Lich hier auch und kommt jetzt mit dem Luftangriff über die Bäume hinweg, über die, was sind es, Tannen, Chat? Ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, ist absolut gefährlich, wenn man hier einmal den falschen Baum nennt, wird man direkt gecancelt, die Gefahr gehe ich nicht ein, dafür geht Changer die Gefahr ein, hier kurz gecatcht zu werden, das Risiko zahlt sich aber aus, Echse kaputt. Ah, das ist schon bitter, das ist schon echt ein Nachteil, dass man da nicht gegen das Haupthaus vorgehen muss bei Andertz, sondern nur gegen diese verhexte Goldmine, das ist schon echt, das ist schon echt ein Ding, also ihr Andertz habt es auch echt nicht, muss ich euch auch mal sagen, Janis, heul dich auch mal aus, wirklich, du hast eine Schulter bei mir, ihr habt es auch wirklich nicht leicht, mit diesem windigen Holzgebälk da irgendwie, was man in kurzer Hand abreißen kann. Ich möchte da nichts zu sagen, ich habe, ich habe, nein, ich möchte da nichts zu sagen. Ah, was, okay, hast du wieder bei Blizzard angerufen und hast gesagt, ich will jetzt auch so ein Masonry Upgrades bei den Andertz haben, oder was? Es hat ja mal jemand gesagt, die Acolytes sollten unverwundbar sein während des Abmienens. Oh, okay. Hat mal jemand, hat jemand gesagt. So wie die Nachtelfen, meinst du? Ja. Ich mag das ja, wenn die Rassen unterschiedlich sind. Ja, ich auch. Von daher müssen die Nachtelfen dann verwundbar sein, wenn das so durchkommt. Klar. So, das ist aber Challenger nicht genug, der sagt, Mensch, mir reicht die Goldmierer nicht, ich reiße einfach die anderen Gebäude auch einfach nur ab, kein Problem. Aber könnte natürlich jetzt eine Falle sein hier von Cupert. Coil fliegt aber durch die Luft, trifft den Zwerg. Müssen wir mal schauen, ob es gleich Zeit ist für Alt-QQ vom Bird oder ob er da noch was gegenhalten kann. Er ist 1000 Gold down, 15 Supply down, Heldenlevel sind auch nicht so krass und langsam aber sicher kriegt Changer hier seine 3-3-3-Helden zusammen. Staff-Trilogie kommt auch wieder und jetzt kann er da einfach wieder reinfliegen. Da sind halt ein paar Tower, aber in Anbetracht von Holy Light, Staff und so weiter, was macht da so ein Tower? Ja, er entscheidet sich für die Fiends als Counter für die Griffin. Ob das funktioniert, werden wir sehen, wenn die dann einmal schön gewebt sind. Währenddessen ist er hier auf der zweiten Expansion, muss aber zurücktippen. Ekelhaftes Timing und hier werden einfach die Goldmühlen rausgenommen, aber nicht ganz. Es kommen hier auch die allen anderen Akkolyten um. Och, jetzt wollen sie alle hier helfen. Och, Mensch. Die einzige Goldmühle, die sie noch haben. Jetzt wird aber auch der, ah, jetzt wird noch der andere Zigaret ist abgegradet. Der ursprüngliche immer noch nicht. Der wurde einmal nur angegangen, aber wurde abgebrochen. Die anderen beiden werden jetzt ausgebaut. Also, das ergibt schon alles Sinn. Also, ich glaube, der steht unter Denkmalschutz jetzt. Das ist der erste jemals abgegradete Tower, äh, war hier auf Autumn Leaves für Q-Bird. Das ist natürlich ein historisches Ereignis gewesen, damals. Ähm, dementsprechend darf da jetzt keine bauliche Veränderung mehr dran vorgenommen werden. Absolut sinnvoll. Und jetzt muss der, haben wir da Malaband dran gehabt? Ah ja, doch, tatsächlich, der Sparebreaker. Da muss man natürlich sagen, dass Changer diese ganze Series sehr dominant ist, ne? Das ist wirklich krass. Bis jetzt, denn jetzt kommt das Comeback hier von Q-Bird, der hier mit Carrion Swarm und Frost Nova hier einiges an Schaden an den Griffins machen kann, aber vielleicht nicht. Mal sehen, ojojo, der Litch mit einem Hit hier down auf ein Drittel, zwei Drittel, und weg ist er. Mit einem Hub sind die im Mund, wenn die Helden erstmal da sind. Changer holt sich die Liga. Wahnsinn, was der hier abreißt in letzter Zeit. Bravo. Nebenbei noch gut aussehend und im echten Leben auch noch sackerfolgreich. Toll. Das Bootcamp in Korea hat sich für Changer einfach ausbezahlt. Herzlichen Glückwunsch. Wenn man wirklich Warcraft 3 nur durch Creepjack konsumiert, denkt man, Changer ist der beste Spiel der Welt. Changer deutscher happy. Jedes Spiel ganz fantastisch. Herzlichen Glückwunsch. Changer, ich hoffe, du veränderst dich nie. Ich hoffe, du bleibst so erfolgreich, wie du bist. Denn das sieht sehr gut aus. Und damit ist der Champion der Season, der ersten Season 2024 ermittelt worden. Es ist Changer. Bitte erheben sie sich für die Nationalhymne. Und so weiter und so fort. Glückwunsch. Brü im Glanze, lieber Changer. Hast du gut gemacht. Sehr schön. Mal gucken. Wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn man jetzt mal so eine Season dominiert hat? Darf man dann nächstes Mal wieder mitspielen oder ist man dann raus und sagt, geh hier zu den Großen, geh in die NBA? Also, der Herr Wechsler, der ist natürlich immer überall willkommen. Auch bei uns in der Inferno-Liga darf man natürlich weiter mitspielen. Also, ich glaube, jede Liga, die einen Changer hat, die sollte sich glücklich schätzen. Das ist ein Privileg. Das stimmt natürlich. Das stimmt. Das stimmt. Lieber wird man dominiert, als dass er gar nicht erscheint. Das ist schon harter. Stark. Das ist schon harter. Einfach stark. Da müssen einfach die Konkurrenz, muss da einen Schlappen drauflegen. Zum Beispiel kann ich hier noch aus journalistischer Seite sagen, der Q-Word, der hat hier heute den Nachmittag über Elden Ring gespielt. Da kann man mal drüber diskutieren, ob da nicht vielleicht eine Runde mal Cripplord oder so hätte vielleicht in Warcraft 3 geholfen. Das ist der investigative Journalismus, den ich mir von dir erwarte, denn du schaust auch hinter die Fassade und weißt, was dahinter abläuft. Und das nicht nur beim Privatleben unserer fantastischen E-Sport-Athleten hier, sondern natürlich auch bei Warcraft 3. Du lüpfst den Vorhang. Du weißt einfach, wie dieses Spiel funktioniert. Das hast du letzte Woche erfolgreich bewiesen, als du drei Punkte geholt hast. Und dann habe ich gesagt, gut, drei Punkte. Jannis weiß alles von Warcraft 3. Jannis Kannis wird begraben. Die Rubrik ist tot. Ja, endlich! Ich habe es geschafft. Ich habe Jannis Kannis durchgespielt offiziell. Und dann habe ich in mein E-Mail-Postfach geschaut und habe gesehen, ah, da sind ja noch Fragen aus der Community. Da sind ja noch Fragen aus der Community. Die Community will ja noch Dinge wissen. Und da dachte ich mir, Jannis, es geht ja hier... Ach, scheiß doch auf die Community. Es geht ja hier bei Jannis kann es gar nicht darum, dass wir sagen, oh, wie toll ist Jannis, oh, wie viele weiß er. Es geht ja darum, einfach die Fragen zu beantworten von den Leuten, die nicht weiter wissen. Die in einem Warcraft-Spiel sitzen und sich denken, ja, was ist denn, wenn jetzt hier ein gedoomter Pitlord in einem Zeppelin von einem Raider auf einer Goldmine auf Northern Isles werden genau in dem Moment alle anderen Einheiten gesterben. Wer hat dann das Spiel gewonnen? So, die müssen das ja wissen. Und es gibt nur einen, der das beantwortet... Ja, aber dann kannst du denen doch antworten. Ich weiß das doch nicht. Schreib dir nur in der Mail einfach. Ich weiß das doch nicht. Als Liga-5-Wurst weiß ich das doch nicht. Da muss man dann mindestens in die vierte Liga schauen, um Leute zu finden, die sowas wissen. Wir unten in der fünften Liga, wir sind ratlos. Was sind das für Einheiten? Wie funktioniert das doch? Wo ist das? Ich weiß ja gar nicht, woher ich mich muss ja gar nicht explodieren. So, aber in der vierten Liga, da ist das ja anders. Da wissen die Leute bei einem schönen Sekt, Weißwein und bei einer Zigarre unterhalten sich da über die feingeistigen Dinge von Warcraft 3. Wir brauchen deine Expertise, Janis. Wir sind auf dich angewiesen. Na gut, dann spielen wir jetzt. Janis, Janis Karnis! Ja! Janis Karnis, wo Janis letzte Woche drei Fragen richtig beantwortet hat. Ja! Das ist in die Erwartungshaltung natürlich in die Höhe geschossen. Da kamen direkt ein paar Leute, die haben gesagt, nee, nie wieder diese kniffligen Fragen, die ich einschicke, wird Janis T. niemals beantworten können. Wir haben ein paar knifflige Fragen geschickt bekommen zu Warcraft 3 Spielmechanik. Drei Fragen an der Zahl, die muss Janis alle beantworten, um Janis Karnis zu gewinnen. Bist du bereit? Warte, ich schiebe gerade meinen Tisch hoch. Jetzt bin ich angekommen. Okay. Bin ich? Okay. Oh, du stehst oder was? Jetzt stehe ich. Oh, Janis steht. Oh, er steht auf. Er steht auf, er zieht die Jacke aus. Jetzt ist es ernst. Jetzt ist es ernst. Nee, aber du hast, wenn wir das in die Höhe schrauben, dann kann ich auch meinen Tisch einfach höher stellen. Dann bleibt dich das ja gleich. Okay, Janis, diesmal ein Quiz auf Augenhöhe. Drei Fragen zur Warcraft 3 Spielmechanik. Janis T. Ungeschlagen für diesen Monat zumindest. Im Monat März keine einzige Frage nicht beantworten können. Mal schauen, wie das dieses Mal läuft. Die Fragen kommen von euch aus der Creepjack Community, die sie mir immer gerne schicken. Unter anderem diese Frage von Lord Keks, der wissen möchte, was kostet es eine Pocket Factory? zu reparieren. Kostet es 1 Gold, 2 Holz, 3 Gold und Holz oder 4 nichts? Ich wollte schon sagen, bevor du hier in die Frage gegangen bist, die Fragen im März sind für mich ein Scherz. Das ziehe ich zurück. Hast du vor Lord Keks 71 gesagt? Ja, Lord Keks 71. Diese Frage ist relativ krass. Der Logik nach sollte es ja nichts kosten, weil auch eine Pocket Factory nichts kostet. Man kennt es ja zum Beispiel von einer Entangled Gold Mine. Mhm. Die kostet ja nichts und reparieren kostet auch nichts. Ja. Dann sag ich, das ist bei einer Pocket Factory auch so. Wobei, eine Entangled Gold Mine ist ja auch nur Pflanze. Das stimmt. Und eine Pocket Factory ist ja Holz, Stahl, alles. Du meinst, die Wisps da, die fördern nur die natürliche Regeneration und brauchen keine neuen Materialien. Ich bleib aber bei der Ingame-Logik. Ich sag nix. Janis entscheidet sich also für Antwort 4. Nichts. So, das muss der Janis natürlich jetzt mal selber rausfinden. Da könnt ihr jetzt bei Janis im Stream auf seine Ressourcen achten, was da tatsächlich relevant ist. Du kannst jetzt bitte gerne eine Pocket Factory erschaffen, die mit dem Tinker anhauen, dass die Schaden hat und dann reparieren und dann gucken wir mal, wie deine Ressourcen aussehen. Ja. Mit Pocket Factory sind wir ja mittlerweile alle Experten. Das ist ja krass, was wir da machen. Und drauf geht's. Repair. Es kostet bisher nichts. Immer noch nichts. Weiterhin nichts. Ich glaube, ich habe recht. Ja, das hat völlig recht. Es kostet nichts. Tatsächlich, die Reparaturkosten ermessen sich immer anteilig an den Kosten des Gebäudes selbst. Und wenn es nichts kostet, dann kostet auch die Reparatur nichts. Kein Problem. Kein Problem. alles richtig beantwortet und noch richtig erklärt. Ja, perfekt. Ob das bei Frage zwei auch so einfach möglich ist, das weiß ich nicht. Wir sind mal sehr gespannt, wie es hier zur Sache geht. Bei Frage Nummer zwei von Morgo, der fragt, bekommen Einheiten im Zeppelin den Absturz Debuff. Wie heißt der nochmal? Die Sinis. Wenn der Zeppelin entsnährt, zerstört wurde. Nein. Hast du die Antwort? Nein. Okay. Das, glaube ich, war die schnellste Antwort, die wir je bei Janis Kanes hatten. Woher kommt diese Selbstsicherheit? Diese Sicherheit? Es ist also es ist mal eine Sache jetzt hier nach vier Jahren Janis Kanes, die ich tatsächlich weiß. Ich glaube, das kann man an einer Hand abzählen. Wow. Aber es gibt Dinge, die ich weiß. Woher kommt dieses Wissen? Hast du es gesehen? Ja, das habe ich mal gesehen. Nicht schlecht. Wer hätte denken können, dass diese hunderten von Stunden Warcraft, die du schaust, tatsächlich dir helfen? Beantworten einer Frage. Nicht schlecht. Also, Janis sagt, nein, Einheiten werden nicht schwindelig, wenn sie ja nicht aus großer Höhe abstürzen, weil sie ja durchs Entsnäher schon am Boden waren. Du sagst also nein. Ja, genau, ich sage nein. Wusstest du, dass wenn man aus einem Schiff fällt, man auch diese Dizziness nicht hat? Das wusste ich nicht. Mit Schiffen habe ich gar keine Erfahrung, tatsächlich. Es gab eine Extra-Folge, Janis Kanes, mit Schiffen. Ah, stimmt, ich erinnere mich, da war ich nicht dabei, aber da hast du alles gelernt. Sehr schön. Okay, sehr gut. Janis, hier kannst du einmal bitte deine Leute hier in den Zeppelin bringen. Wie geht das? Ich habe noch nie einen Zeppelin benutzt. Rechtsklick auf den Zeppelin. Okay, ich fliege, und ich fliege, 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 fliege im Sauseschritt. Und wir sehen tatsächlich, keine Dizziness, völlig richtige Antwort von Janis T. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass du das weißt. Das übersieht man gerne mal im Getümmel, aber Janis hier mit zwei Fragen richtig. Wow. Mit Dizziness kenne ich mich aus. Okay, sehr, sehr schön, kann ich nichts anderes sagen. Wir machen direkt weiter mit Frage Nummer drei, denn Frage Nummer drei ist ja die Frage, die bekanntermaßen zwischen Janis und einem Sieg diese Woche steht. Denn Janis muss alle drei Fragen richtig beantworten. Das ist bei Frage drei. Der sechs von sechs im März, ne? Frage drei, das ist manchmal nicht ganz so leicht. Wir schauen uns mal an, was hier gewusst werden möchte. Morgo hat eine weitere Frage eingeschickt, und zwar fragt er, was passiert, wenn ein Blademaster im Bladestorm von einem Tornado getroffen wird, dem Naga-Ultimate? Und dort eins, der Blademaster wird gewirbelt und Bladestorm wird abgebrochen. Antwort zwei, der Blademaster wird im Bladestorm hochgewirbelt. Oder Antwort drei, der Blademaster ignoriert den Tornado einfach. Janis, wie gut kennst du dich mit Wetterereignissen aus? Ja, also, ich bin ja Naturwursche, auch. Ähm, mit Stürmen und Tornados muss man ja hier im Norden, wächst man ja quasi mit auf, je näher man an der Küste ist, am Deich quasi nur, ähm, mit, mit Schwertstürmen jetzt per se nicht so doll. Hast du schon mal ein Tornado gesehen, eine Windhose, bist du schon mal reingeraten? Ja, 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 ich hab mal ein halbes Jahr in einer gewohnt, das war stressig, der Kompass immer komplett durcheinander. Ähm, du bist ja eigentlich angewiesen auf den Kompass jeden Tag. Eben. Hat aber dann, dank GPS ging's dann, äh, recht fix. Mhm. So, jetzt ist es ja so, dass im Bladestorm ist man ja magieimmun. Mhm. Kriegt man ja. Jetzt ist es aber ja so, dass Ultimates öfter mal Magieimmunitäten ignorieren. Zum Beispiel, man kann Doom auf eine Drojade casten. Zum Beispiel. So, jetzt ist die Frage, Blademaster wird gewirbelt und Bladestorm wird abgebrochen? Ich glaub nicht, dass ich jemals gesehen hab, dass ein Bladestorm abgebrochen wird, zum Beispiel. Dann hab ich aber auch noch nie gesehen, dass ein sich wirbelnder Blademaster in nem Tornado war. Da muss man natürlich auch fragen, ob die sich in die gleiche Richtung drehen. Oder ob der Bladestorm sozusagen gecancelt wird vom Tornado, wenn der sich mit gleicher Geschwindigkeit in den Gegengesetz Richtung dreht. Also da wird's ein Anspruch. Ja, oder ob es dann weines Gegner sich aufhebt. Der dreht so rum, der andere dreht so rum und dann schießt du da. Ja, ja. Oder er wird noch stärker und macht doppelt so viel Schaden, weil er doppelt so schnell sich dreht. Kann alles passieren. Ganz ehrlich, es kann hier wirklich alles passieren. Ja, das ist das perfide an dieser Frage 3. Danke an Morgo. Ja, danke, Morgo. Also ich bin mir sehr sicher, dass Bladestorm einfach nicht abgebrochen wird. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie sieht das denn aus, wenn der Bladestorm da oben rumwirbelt? Und was trifft er dann überhaupt noch? Trifft er denn auch Flugeinheiten eigentlich, Bladestorm? So. Ist ja übelst kompliziert. Ich sag einfach, der ignoriert den. Wie ist es denn? Hast du das schon mal gesehen? Bist du da ähnlich selbstsicher wie in Frage 2? Oder ist das jetzt der Logik nach, sagst du, Immunität gegen Wetterereignisse ignoriert das einfach. Das heißt, er wirbelt sich weiter und wird nicht vom Tornado hochgewirbelt. Er wirbelt weiterhin horizontal und nicht vertikal. So ist es. Das wäre mein wäre meine Intuition, ja. Aber dass ich mich jetzt da an irgendein Szenario erinnern könnte oder das mal gesehen habe, kann ich jetzt nicht sagen, aber einfach Logik. Es ist einfach zu weird. Ich stelle mir das zu weird vor, wenn dann oben im Tornado noch ein Blademaster rumwirbelt. Das ist doch Quatsch. Das ist Unsinn, ja. Das ist doch Quatsch. Quatsch passiert ja eigentlich nie in Warcraft. Von daher... In Walk never. Wir haben hier keinen Spaß, keinen Quatsch. Janis sagt, Antwort 3, der Blademaster ignoriert den Tornado und wirbelt einfach fröhlich weiter vor sich hin. So, du kriegst jetzt hier mal den Blademaster. Du wirst jetzt gleich den Wirbel starten und ich würde sagen, ich caste den Tornado direkt auf dich drauf, weil der Bladestorm hält nicht so ewig. Deswegen müssen wir gucken, dass das passt vom Timing. Bist du bereit für die Antwort? Du hast sieben Sekunden. Kriegst du es hin? Kriegchen. Alles klar. Let's go. Der Tornado erscheint und der Bladestorm wird abgebrochen. Krass. Damit ist korrekt. Antwort Nummer 1, Bladestorm wird gewirbelt und Bladestorm wird abgebrochen. Das finde ich, okay, also, ich bin ein bisschen happy, dass es, dass ich mich nicht zwischen meinen 50-50 Sachen falsch entschieden habe, sondern das hätte ich nie im Leben gedacht. Da war keine Chance, dass ich das richtig beantworte. Da war keine Chance, dass ich das richtig beantworte. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, aber tatsächlich. Krass. Eine der wahrscheinlich wenigen Möglichkeiten, Bladestorm abzubrechen, ist tatsächlich Tornado. Vielleicht gibt es noch mehr, ich weiß es nicht. Ihr könnt gerne weitere einschicken und finden, aber damit leider die Winstreak von Yannis hier gebrochen. Vom Tornado am Ende war es dann doch der Tornado, der seine Siegesserie durcheinander wirbelt. Es tut mir leid, Janis, aber es ist eine fantastische Leistung. Der März ist auf jeden Fall bisher eine der erfolgreichsten Monate, muss man dazu sagen. Was Yannis Kannes angeht, aber damit leider für heute nicht. Nicht gewonnen, aber ich hatte auch ein Auge auf dem Chat und da hat auch niemand eins gesagt. Niemand, bei mir auch nicht. Du bist da, ja, bist da, glaube ich, in guter Gesellschaft. Naja, das auf jeden Fall. Dicken Respekt für Morgo an dieser Stelle. Morgo hat richtig viele Fragen eingeschickt, von denen werden wir jetzt noch mehr sehen in nächster Zeit auf jeden Fall. Falls ihr auch Fragen einschicken möchtet, könnt ihr das tun an florentin.will at rocketbeans.de. Nicht in den Chat schreiben, da kann Yannis mitlesen. Nicht hier irgendwo im Discord schreiben, da kann Yannis mitlesen. Ihr habt gerade gesehen, der stalkt die Leute, der recherchiert überall rum. Schickt sie direkt an mich, nur damit könnt ihr sicher sein. florentin.will at rocketbeans.de und damit schließt eine weitere Folge von Yannis Karnes. Ah, der Tornado. Ja, rausgewirbelt, einfach rausgewirbelt. Scheiße, ey. War mir recht sicher, blöd, dass es nicht geklappt hat. Äh, aber gut, nächste Woche hole ich wieder alle drei. Weil, wenn da jetzt eine so gute Frage war, was sind die Chancen, dass da jetzt nochmal eine gute Frage kommt? Sehr gut. Nicht so hoch. Ich lerne täglich, weil ich auch extrem viel streamen und casten werde diese Woche. Wirklich? Was denn? Ja, also, du kennst ja diesen Human-Spieler-Vortrag. Ja, der Happy immer mal die ganze Zeit da weghaut und so. Auf jeden Fall. Der hat sich gedacht, ich hab jetzt voll viel gewonnen, mach ich mein eigenes Turnier, das hat 18.000 Dollar Preisgeld, ist richtig sick, zwölf geile Spieler. Heute war Tag 1, gibt's jetzt jeden Tag um 11 Uhr morgens auf unserem Channel, äh, quasi den ganzen Mittag und Nachmittag mit den besten Spielern der Welt, den besten zwölf und, äh, morgen gibt's zum Beispiel auch noch unseren Weekly Cup um sieben Uhr abends, da kann jeder mitmachen, der möchte. Happy wird, außer Happy, der hat nämlich letzte Woche schon gewonnen, deswegen darf er jetzt diese Woche nicht mehr teilnehmen. Ähm, das wird cool und, also, die ganze Zeit gibt's jetzt diesen Fortitude Cup erstmal. Nice. Das wird geil. Vor allem morgens, wenn der Tag mit Warcraft 3 startet, kann er nicht schlecht enden. Außer man spielt selber, aber ja, klar, ja, das stimmt. Da müssen wir uns jetzt auch ranhalten, ne? Also, wir haben jetzt offiziell die Herausforderung angenommen, Stormstormer und HWT 2, Dota 2 Legenden wollen uns auf jeden Fall auf die Probe stellen. Wir brauchen Trainingsplan, wir brauchen Coach, wir brauchen auch vielleicht eine Paartherapie, wir müssen auch wirklich an uns arbeiten und wir müssen wirklich als Team hier vorankommen, um die beiden zu schlagen, denn das muss schon drin sein. Ja. Brauchen wir einen Caster dafür oder machen wir das, macht das jeder auf seinem Channel? Weil ich kenne ja einen Dota-Caster, der sollte ja dann auch Connections, also der sollte ja dann alle Spieler kennen. Dich kennt ja eh jeder, mich kennt der Dota-Caster, weil ich mit dem Event mache und die Dota-Spieler kennt der Dota-Caster natürlich auch. Ja, müssen wir natürlich dann gucken, wie wir das auf den Kanälen aufdröseln, aber können wir auf jeden Fall machen, wir arbeiten dran, es wird auf jeden Fall ein großer Showdown. Die Herausforderung liegt bei Best of Five. Ei, 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 okay. Also das könnte schon einiges werden. Wir werden uns da intern auf jeden Fall beraten und an Strategien feilen, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen was aus dem Parkett zaubern. Da müssen wir trainieren jetzt. Ja. Bist du dafür mental bereit? Du musst dann so abseits von Creepjack auch Warcraft spielen. Ich weiß halt nicht, wie man am besten 2v2 trainiert, weil es war immer so, selbst in den Phasen, wo ich das Gefühl hatte, ich komme gut klar mit Warcraft 3 im 1-2-1, habe ich im 2v2 immer hart versagt, weil ich wusste nicht, was kommuniziert man, was soll man machen. Dann sagt der andere, ich will jetzt kämpfen und du denkst dir, hä, ich will jetzt nicht kämpfen, ich habe noch nicht meine Levels oder was auch immer und dann ist es immer so, und deswegen ist es super schwer und es war für mich immer echt schwierig, 2v2 zu spielen. Deswegen müssen wir da gucken, wie es geht, aber natürlich, ich werde mich wieder ein bisschen auftauen müssen, zumal ja vielleicht oder ziemlich sicher nächste Woche auch die Liga wieder startet, denn da geht es ja heute schon direkt in die Auslosung. So nämlich, ich werde euch gleich rüber zu Flutschfinger raiden, der macht die Auslosung, Neulinge können natürlich immer noch gerne sich anmelden. Wir müssen, aber ich möchte, also es wäre wichtig, wenn wir von den Gegnern wissen, was für eine Rasse die spielen, das wäre cool, also ich glaube, wir sind bei Undead Night Elf, das sollte relativ okay sein, ist natürlich, wenn die damit jetzt nicht rausrücken wollen, ist natürlich okay so, wenn die so spielen wollen, ist okay so, aber dann wird es auch, also dann wird es auf eine andere Art und Weise böse, für die sag ich jetzt schon mal, ich hab Bock, ich hab Bock, ich hab richtig Bock. Ja gut, okay, bringe ich in Erfahrung, gebe ich an dich weiter und dann werden wir mal ein paar Strategien auskochen und das kriegen wir schon hin, dass die können nix. Gut, danke dir, Janis, ich wünsche dir weiterhin... Du hast ihn gesehen, wie der aussieht, der eine. Ja, du weißt, wie der aussieht hier. Also der spielt ganz gut StarCraft, der spielt sehr gut Dota, also muss ja ein Spiel schlecht sein, WarCraft dann hoffen. Der Daniel, Alter, der sieht richtig gemeingefährlich aus, also auf eine gute Art. Das heißt doch nix. Das heißt doch nix. Ja guck, also du hast ja den direkten Vergleich zwischen dir und ihm. Wer sieht davon wie ein Gewinner aus? Das kann man doch nie am Aussehen festmachen. Von den meisten E-Sportern weißt du gar nicht, wie die aussehen und die dominieren. Von den ganzen Leuten, in denen du in der Leather zerstört wirst, hast du keine Ahnung, wie die aussehen. Ja, danke, Teammate. Mir jetzt nochmal reindrücken, dass mich die Leather kaputt macht. So wird das super. Ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Hab eine schöne Woche auf jeden Fall. Hau rein, wir sehen uns und werden stärker als je zuvor. Ich werde heute auf jeden Fall nichts anderes tun, als RBTV Home zu schauen. Die neue Sendung, an der lange geschraubt wurde, ganz fantastische Abendunterhaltung, eine Revolution des Fernsehbusiness, der Unterhaltungsbranche. Die geht in zehn Minuten los. In der Zwischenzeit habt ihr noch die Möglichkeit, euch irgendwie am Brunnen einen Eimer Wasser zu holen oder eine Pizza in den Ofen zu schieben oder was auch immer. Das könnt ihr auf jeden Fall machen, denn in zehn Minuten geht es los. Um 20 Uhr mit RBTV Home. Es wird großartig. Was ist das? Das kann ich dir in zehn Minuten jetzt nicht erklären. Das musst du erlebt haben. Das musst du gefühlt haben. Es ist die Unterhaltungsexplosion, die auch in vielen, vielen Meilen noch zu spüren sein wird. Okay. Dann sehen wir uns in einer Woche, Janis. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß. Schaut auf jeden Fall Back to Warcraft, die ganzen fantastischen Streams, die ihr dort immer findet. Auf Back to Warcraft könnt ihr nachschauen. Und vor allem guckt auch auf dem YouTube-Kanal. Da gibt es ja wahrscheinlich weitere Updates zum Thema Speedrun Challenge. Wann endet die denn noch mal? Nächste Woche und heute Abend werden wir migrieren auf die neue Homepage. Speedrun.backtowarcraft.com Dann kann jeder einfach seine Replays da hochladen. Dann wird das Ranking auch automatisch aktualisiert. Also speedrun.backtowarcraft.com für jeden, der noch bei der AI Speedrun Challenge mitmachen will oder einfach auch nur im Ranking auftauchen möchte. Das geht natürlich auch. Und wenn man dann Rang 15 ist, seid ihr immer noch besser als 7.999.985 Menschen dieser Erde. Sehr cool. Und ansonsten gibt es jetzt auch die Auslosung der Liga bei Flutschfinger, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich raide direkt hier. Ich raide euch alle rüber. Alle weg zum Flutschi jetzt. Auf Flutschfinger, auf Twitch könnt ihr da immer schön mit dabei sein. Ansonsten, Janis, wünsche ich dir eine ganz fantastische Woche. Lass dich nicht runterziehen. Ich dir auch. Nächste, es klappt wieder besser mit Jannis Kannes. Hau rein und habt dort noch einen schönen Abend und viel Spaß jetzt bei Flutschfinger mit der Auslosung. Macht's gut. Ciao, Jannis. Ciao, Flori. Ciao, ciao, ciao. So, ihr Lieben, das war Creepcheck für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und habt noch eine schöne Zeit. Wie gesagt, ich schicke euch jetzt rüber zu Rocket Beans TV für RBTV Home. Habt da einen fantastischen Abend. Genießt es und wir sehen uns wieder. vielleicht gibt es am Wochenende, am Sonntag nochmal Dota. Schaut da auf jeden Fall mal in den Streamplan. Am Sonntag kann die Butterbande vielleicht mal wieder zusammenkommen in der Zwischenzeit. Wie gesagt, geht es für Warcraft 3 Fans weiter auf lutschfinger unterstrich wc3 und für alle Unterhaltungsfans viel Spaß bei Rocket Beans TV. Macht's gut, haut rein. Bis nächste Woche. Tschüss.